sag mal du ja ich hab ich habe lsd das ist vom lsd da löst sich der körper auf ja ich habe mrt gemacht ja komm mal komm mal im blick ich muss aber erst tanken fahren oben leiste ne snipe sie geht's dir event geht immer noch nicht mehr kinder dann zwirbelchen noch franz wie geht's dir gemütlich ne turbo netz noch sie tags wir sind deswegen habe ich mir damals gekauft aber erst mal schauen nach oben erst mal eine neue nachricht dodo ja wasser bei mir im klo geht nicht wie das wasser geht bei dir nicht aber ich habe heute morgen musste ich mal ja da habe ich gemacht und wollte abdrücken aber da das ist da immer noch drin da kommt kein wasser kannst du da gleich mal gucken mit den händen mal eingehen und fühlen und warum ist das schöne hat das und der fingernägel wenn der fingernägel klappert du hast du mal beinahe das ist eine alte sau das rieche potz carolina ja muss noch vorstellen was die jahren danke für den host vielen vielen dank hast du lieben zum messing abfluss wo das durchgeht weiter habe ich messing abfluss dort weiß ich doch nicht mal ich gehe doch nicht da reingucken in meinem kopf keine ahnung das schwimmt da jetzt alles das sieht aus wie im himmel wie so dicke wolken so kleine wölkchen ich kenne mir noch trinkt noch trinkt noch bier und ich will dank urin dank urin dankeschön für zehn monate vielen vielen dank dass man von inszenen suppen wirklich krank werden kann ich reiner ich habe heute morgen habe ich im fernsehen bericht gesehen mit lebensmittel scheiß also mit lebensmittel und weiß ich weißt du dass es alles betrug ist oder fast alles betrug ist was wir essen also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein hühnchen esse dann ist das betrug nicht nicht betrug in dem sinne aber wie zum beispiel was war das für ein scheiß da sind schwemme drinnen und sowas alles das ist dann wie wie fleisch und so weißt ja sowieso so pilz schwemme sowie in den fertig bürger scheiße und sowas alles na ja ja und da haben die auch zum chemiker der 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 dagegen diese lobby ist mit der lebensmittel mit der industrie da und so eine scheiße der hat auch gesagt wenn sie die jetzt die ganzen zusatz geschmacksverstärker und so eine scheiße alles weglassen sie würden das nicht anpacken und essen sie würden das in die mülltonne schmeißen also so fertigprodukte ist betrug ja das heißt betrug aber ist ja nicht da war du wird ja schön verkauft so frikadellchen mit soße und sowas alles na so fertig scheiße und die eier machen kühe alles betrug ja alles betrug dann steigt mir was aber es ist interessant heute morgen dazu gucken wir auch mit diesem wie heißt das glutamin heißt das was 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 gar nicht so so gesund ist ist das glutamin gewesen ich weiß nicht ich hab da halt morgen im halbschlaf so geguckt ach 5 habe ich nur naja immerhin hast du noch platz was ich rumlagern so warte muss ich meine tasche mal rausholen ja ich muss mal meine zeugnis ablegen nicht meine zeugnis klar sphinx na mörsermann wie glutamin ne das lief heute morgen ich weiß oder glutamat ne wird als würze auch getarnt oder so sagten die da hab ich noch kopf der kommandantin ne leeklou und so leeklou und so ist mogi war schon oh kohann also du müsstest 5 5 stück hatten also mogi ne ich nicht ach ja und dann muss man sich mal wirklich vor augen führen das hat ich meine man weiß es ja dass das zum beispiel wenn man ein schweinefleisch isst das dann schwein für sterben muss und so das weiß man ja wegen der aber wenn man das dann im fernsehen sieht da haben die gezeigt so eine fabrik und so ne wo halt schweinefleisch und sowas da also die schweine auseinander genommen werden und dann haben die gezeigt das fand ich so widerlich aber man ist es ja fragt wie so ein förderband wo dann alles so kleine tote schweinchen drauf lagen ungefähr so groß das war so ne war da habe ich schon gedacht ne komm junge ist kein fleisch mehr über die schweine die schweine ja willst du wollen ähm warum fahr ich eben was mach du 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 scheiße steig mal ein hinten was machst du da ach ey Junge was ist das für ein scheiß Auto Dodo ja lass dich doch zuerst rein jo das wird wieder länger dauern warst du noch nie im Schlachthof ne ja keine Gnade na Louise wie geht's dir ja der Wichtner du meinst also alles was so fertig zeug ist ist scheiße ja haben die da gesagt und gezeigt ja also das bedeutet also kannst du jetzt nur davon ausgehen wenn du dir jetzt eine richtige echte Ananas holst oder eine Banane was war das warte mal was war das Joghurt Kirschjoghurt ne ey das wusste ich nicht da ist das ist Zedernholz das ist gar keine Kirsche was das ist Zedernholz 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 ist das das ist gar keine Kirsche im Kirschjoghurt ja aber wie kriegen sie den Kirschgeschmack rein mit so ja Verstärker und Aromen und so ne scheiße alles ja und dann haben sie auch gezeigt wie du industriell Käse machst oh ne da sind dir die Fußlege nach oben gekommen ja so ungefähr wie viel Fußraste haben die denn verbraucht ja frische Parmesan also wenn der Joghurt ist dann unterstütze sozusagen die Abholzung des der Wälder es ist schon Wahnsinn das ist ja echt schon Wahnsinn ja ich weiß aber auch nicht wie die Sendung heute Morgen hieß und wo die gelaufen ist das war richtig interessant ja mit Glutamat ja davon möchte ich nur eins haben Gerrit Klen auf dann hast du ausgesorgt hehehehe ist alles anders Luise klar Glutamatis Gift ja ja das ist es ja man auch noch ne dann kriegst du keine Kohle dann kriegst du keine Kohle Schmorny grüß ich aber nicht dass du noch Fracking unterstützt was was ne das war das war auf Facebook was hat denn das war ein Bericht auf Facebook war das zwar nicht für an sie Entschuldigung fällt mir grad ein ja aber der Scheiße Ernstchen Dankeschön hehehehe 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 Ernstchen Dankeschön für elf Monate und vielen Dank für den Rieser mit 9,99 Euro Dankeschön viel viel wie läuft es bei euch so ja immer noch alles mögliche ne Klauen horch horch alles ok ja ich habe überlegt ob ich mit meinem Bus ne Tour anbiete ja das hat damals schon vorgehabt wohin denn ne einfach so ich ich mach das als äh äh Entspannungsbus dass ich so sage also mit dem Hashtag das ist auf alle Fälle keine Drogendrogentour ich esse gar Bonadjoghurt Och ja Kuliberg Na kriegen noch geile Musik und Entertainment ne kleine Rundfahrt im Bus entspannen ist ja alles verspiegelt und ein bisschen von den Fensterscheiden ja so 15 Minuten pro Person irgendwie so vielleicht 300 400 Dollar und da kriegen wir irgendwie so ein gemischt so ein LSD oder ein Joint oder sowas Rainer wenn ich mal wir machen bald eine Riesenfeuer was ja da kannst du da kannst du DJ wir feiern das wenn wir irgendwann unsere Wohnwagen mal kriegen ich will auch so gerne einen Trailer ne die scheiß Dinger sind so besetzt ja was heißt besetzt ich hab vor wann war das vor neun Wochen habe ich da gefragt ne und ja keine Ahnung bei der Baubehörde ja hieß dann ja dann wieder reden überlegen und ja jetzt vergessen und so und sowas ja ist blöd wo fährst du eigentlich lang ja da unten mich mal hin ja klar ja ja war das dann ja luise liebchen dankeschön für ein jahr vielen dank dass du weiterhin dabei bist dankeschön hier würde ich mit einem normalen auto und wurzelhaar und tiergesicht das ist auch ein resub ne vielen vielen dank dass du weiterhin dabei bist dankeschön das ist gar nichts das ist ja ein bisschen in die Hose gegangen das hat nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte und wir machen das wenn es wärmer ist nochmal und ja dann gehen wir das richtig an das sollte eigentlich weil ich so ein ich liebe halt dieses GOT Game of Thrones und ich mag diesen Nachtkönig ich find den geil und der gute Hygnolli der ist ja so ein LARPA also so Rollenspiel und der macht auch Kostüme der ist ja auch einer von den Gamescom Jungs und Mädels die da so mit kostümiert rumlaufen und sowas alles ne im Auftrag der Ehre und ja das hat aber gestern nicht so geklappt wie es klappen sollte und er macht mir dann halt einen Abdruck von meinem Kopf und daraus wird dann eine Latexmaske speziell an meinem Kopf angefertigt vom Nachtkönig weißt du weil wenn du die Standarddinger kaufst dann hast du ja diese Augen hier diese Löscher und so eine Scheiße alles viel zu groß oder zu klein oder weiß ich was ne Nuttnig Dankeschön für den Re-Sub vielen vielen Dank für die Unterstützung Dankeschön sehr sehr lieb und Manki vielen Dank für sieben lange Monate Dankeschön Manki so wie war das jetzt Shift und S ne oder Moka geht erstmal mit Klamotten hin und das ist ein neuer Sub oder Dankeschön für den Sub vielen vielen Dank für die Unterstützung Dankeschön ach ja wie läuft's mit dem Nichtrauchen noch gut du hast nichts was ich verkaufe hä ich hab nur ich hab ich mein ich gehe ja so so nicht aus dem Haus ich hab ja nicht viel Kontakt mit Menschen aber ich hab Angst jetzt Berlin zum Beispiel Massen von Menschen man steht da zusammen oder abends geht was essen zusammen weißt du mit zehn Mann oder sowas davon sind fünf oder sechs Raucher und dann ja wenn man dann was getrunken hat und dann hier kommt ne ja da hab ich ein bisschen Angst vor wo steht das Auto Silent na wat wo ist das Auto warte ja doch wer ist kann taulin wie geht's dir Artikel 13 ja aber das ach das Leute da sich jetzt keine Ahnung erst mal abwarten was da genau kommt und und dann wird Twitch ist Amazon Amazon ist Twitch YouTube ist riesig die werden sich da schon ähm einige mit 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 der EU mit mit Deutschland oder weiß ich was weil äh ok 201 weil 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 ähm die verdienen ja auch Geld ne in der EU oder in Deutschland ist ja alles nur Geld das ist alles nur ne Geldsache Twitch hat schon gesagt was passiert echt ich weiß es nicht keine Ahnung ich hab noch keine E-Mail bekommen wo sowas drin steht was passiert hm hm Lucifer so ich hab einmal verkauft wer kriegt das Geld hier er hinten rein warte sind 201 Dollar warte ne ihr müsst mir nix geben alles gut wieso ja super achso ok dankeschön ja dankeschön tschüss member ja ne alles gut ich hab ich hab ich hab 200 Dollar gekriegt alles gut ich hab auch Murthy ich schreib dir ne E-Mail was für ne E-Mail Junge einer hast du dir drin ja genau ich verwarte mich einen auch Missy wie geht's dir? yeah ja weißt du ich hatte das übrigen das musste raus aus meinem LKW achso hier mit meinem bunten Bus komm ich doch hier nie hin ne kommst du nicht hin das stimmt ebrium na Kalypso wie geht's dir? alles gut bei dir? Kalypschen Genitalherpes na Gerte aufgeraucht zu rauchen ja ja da musst du mir bescheid sagen wann du das machen willst oder ihr beiderem was ja das mit der Party wenn ihr da mal was ja da muss ich erstmal die Wohnwagen kriegen dann machen wir Wohnwagen Party cool vielleicht will der Reiner dann auch rum einziehen das Filmcover das Filmcover das Filmcover ja das ist auch gut vor der Grenze da wo der Dinosaurier ist der Tierrechts der Pinke da fahren wir jetzt dran vorbei kann ich dir das zeigen ja ich muss noch kurz noch was businessmäßig Impacts mein Schatz dankeschön für 31 lange Monate vielen vielen Dank dankeschön wie ist das mit Latja alles gut? Nunero na mit Umzugskarte ziehst du um? wo ziehst du hin? von Berlin weg oder was? oder innerhalb von Berlin Eranger na wie ist das? Sanuken na hast du aufgehört zu rauchen? ja weil leider ein bisschen verschwommen ist ja nicht schlimm ok Golfdiesel na Herr Löwe wie geht's dir? wenn du Darlene irgendwie triffst also ihr ok ich brauche euch beide als äh klingt jetzt doof aber ich brauche euch beide als Zeuge ne jetzt nicht persönlich sondern ihr müsst einfach sagen ich erzähle euch gleich eine Story oder schreibt ihr eine SMS ne dass ihr das wenn euch irgendjemand fragt dass ihr das aussagen könnt ok ich schreib euch einfach nur nochmal hin was das ist nimm die Echse, ne? ja damit ich damit ich gesaved bin sozusagen Phil auch ein Resub, ne? Phil, dankeschön vielen, vielen Dank der Phil achso wegen der Kohle machen wir dann, ne? ok bis später lass dich nicht anquatschen fahr mal da rein, Dodo guck mal ob da ob die da ob die da was gemacht haben wo, wo? da mitten rechts standen gerade Autos ich kriegst du äh was machen hier ah das ist das Shiva glaube ich, ne? mit dem Auto hier ist aber cool, alter hier lass mich raten, du willst diesen Piesel ab, ok ja und dann Shiva ein, Dodo ein und Franz und so weiter ja ja, Franz Franz kenn ich ja auch das ist Franz sein Auto, oder? ja, das ist Franz sein Auto ja, und Shiva's Wagen ja dann mal grad gucken ey, wenn ihr hier ne ne nix passiert ich heiße ja, dann können wir wieder runterfahren, oder Dodo? ja, ja ok komm Rainer warte, warte, warte was denn? ach Impexer, tut mir leid mein Beileid er muss noch irgendwas schreiben bestell dir mal alles gut gibt es Programmierer, die das modden? ja, klar klar ja, ja warte, 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 musst du ja ok komm ich, komm da tschu ok jo jetzt schnell in die mehre reingucken oh god Nasepuff ach Gott wow, Sanuken echt jetzt ja klar, haben wir ja gesagt haben wir ja gesagt ich bin echt mal gespannt, wa auf die 3D-Datei da, oder? mal gucken wat? ach nix hier also wo, wo müssen wir jetzt hin, Dodo? ja, zum Cakes zurück, ne? also ok oh man hat der, ich erinnere von euch eine Ahnung, wie ich das hier markieren und kopiere? oh Gott wala, ne? was denn? ich markiere immer mein Revier ganz einfach, wenn ich dagegen pinkele was so nachtschicht? dann riech es immer stark ich bin auch 3D und sexy m-m-m m-m m-m-m Wie krieg ich das denn jetzt geöffnet? Was willst du denn eröffnen? E-Mail. Also, weiß ich nicht. Das ist so doof. Der Blick. So. So. Schön den Motorrad holen. Dr. Nook, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Dr. Nook. Ich bin den Harry. Was? Schneipen Harry. Was ist mit dem? Ruf den mal an, ob der da ist. Hä? Hab ich deine Nummer? Hab ich deine Nummer? Nee, ist nicht da. Ah, okay. Warum? Ja, der hat ja noch ein Auto von mir, weißt du? Der macht in letzter Zeit sowieso so wenig. Das Auto kannst du nie immer wieder. Der hat bestimmt schon ausgereist. Hast du den Schlüssel von deinem Auto? Ersatzschlüssel? Nee. So. So, ich muss jetzt erstmal diesen Scheiß fertig machen, ey. Kaputt von der Arbeit. Ach, Herm. Scheiße. Woodpecker, ne? Pass mal auf, Smoker und Dodo. Und dann, wenn ihr was wisst, dann sagt mir einfach Bescheid, dass am nächsten ungefähr so... Was geht? Ja, nicht viel. Nix, Bruder. Und selbst? Also vielleicht so fünf Tage vorher Bescheid weiß oder vier oder so, ne? Ja, sagen wir Bescheid. Okay. Und macht es nicht auf den Freitag. Warum? Weil ich Freitag immer fest auflege im Bahama Mama. Aber hört da eh keiner zu. Wieder hört keiner zu. Der Laden ist rappelndicke volle, wenn ich da arbeite. Wie viel passen da rein? Sechs, sieben? Dann ist doch die kleine Eisdiele oben, oder? Was? Ja, wann ist das denn? Wann? Wie, was, wo? Was ist das denn? In Bahama Mama's? Das ist ein Club. Ach so. Warst du denn auch noch nicht drin, ey? Doch, ich war im Puff. Aber nicht in Bahama Mama's. Mamas, da. Das ist beim Finanzamt da unten in der Nähe. Ach so. Das, das kenn ich nicht. Das läuft eigentlich ganz gut. Ja. Okay. Ist ja auch gut. Der Puff hat ja mal zu anderen Zeiten und Tagen offen, als wie das Ding eigentlich. Ja. Und das Tiki Lala, da war ich letztens auch wieder gewesen. Das hat sich auch sehr gut verändert. Also die Musik kann man sich echt geben da. Ja. Ja, ist gut. Also der macht sehr guten, wie sagt man dazu, Alternative. Was für ein Ding? Ja, so alternativen Rock. Nicht so, weißt du, nicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. Was ist ich, so ein Scheißrock. Ja. Oder so ein gemütlichen, so ein cool, so ein bisschen was anderes. Okay. Ja, dann ist ja schön, ist ja gut. Ja. Ja. Dann sehen wir dich ja mal im Bahama, Dingsbums da. Ja, wie du da an den Schallplatten drehst, ne? Richtig, drastisch, wieder richtig aus. Ja. Und die Ladies tanzen. Ey, im Übrigen, Smoker, du magst doch so Frauen und Kontakte knüpfen, ne? Warum? Ja, weißt du, beim letzten Mal, letzten Freitag, ich schwör dir, wenn du da als Single hingest... Nur, das waren so, die reifesten Trauben waren da und die waren ohne Kerle da. Da waren so viel Weiber. Was heißt reif? Ü50? Hallo. Achso. Waren die noch nicht so vertrocknet von Ihnen? Nee. Also, ich konnte das vom DJ Teller aus nicht so alles sehen wollen. Obwohl, ich hab eigentlich gar eine Trockenflaume. Ja. Ja. Und dann später ein bisschen feucht wird, weißt du, wenn du drauf rumknabberst. Ja, wenn die im Mund so... Du bist eine richtig alte Drecksau, weißt du das eigentlich? Man redet hier von Lebensmitteln, du legst nur ans Vögeln. Du bist eine alte Sau. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Ja. Hast du mal Datteln gegessen, getrocknete? Entkärnte? Ist das eine Dattel? Eine Dattel ist eigentlich sehr... Eine Frucht, ne? Oder was ist das? Ja, eine Frucht ist das, ne? Das ist eigentlich eine Frucht. Ja. Das ist eigentlich lecker, ist gut für Verdauung. Ja. Kitty, na... Das ist eine alte Drecksau, ne? Noice, wie geht's dir? Da ist richtig Bock drauf. Rufina. Fabinator, grüß dich. Ja. Ja. Stabiler Deutscher. Dankeschön. Vielen Dank für den Zap. Dankeschön. Wie weit? Was machen wir jetzt, Sodo? Geht ihr eine Runde arbeiten, oder macht ihr eher heute einen Spanchen? Ne, ich wollte eigentlich jetzt gleich mit dem Dodo bei mir im Zimmer gehen, dass wir uns ausziehen, ins Bett legen, uns irgendwie berühren, mal streicheln. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht, ne, Dodo? Wat? Wie, wat? Aber du nimmst mal Shiva mit vorher, ne? Ne, die will ich nicht. Die macht mich tot, Junge. Die macht mich tot. Wie, die macht dich tot? Ja, die ist 22. Ich bin 47 Jahre, das schaffe ich nicht mehr. Mh, mh. Die will den alten Mast auch mal segeln, weißt du? Was? Wat will die? Den alten Mast, dass sie den auch mal segelt. Wow. Wow, der ist schon brüchig, Junge. Da sind schon die Holzwürmer drin. Ne? Ja, der kann jeden Moment umknicken, dann. Das ist nicht so schlau. Ne, das ist nicht schön. Ja, oder was kann umknicken? Ja, der Mast. Wem? Was? Wie, von wem? Na, der Mast halt. Hörst du überhaupt nicht zu? Ja, ich bin nicht. Das Einhorn, ne? Zerrbox. Oh. Wie krass die aus, ne? Antibiotika, hat du schon gesagt, ja. Warum geht das nicht? Das ist doch schon so kurz. Wie, deiner ist kurz? Jo. Hab ich gerade vom Rainer gekriegt. Geh mal um, also. Rainer hat er mir gegeben. Hat er mal was zu trinken? Ne, leider nicht. Ne, ich muss noch einkaufen. Oh, jetzt hab ich hier einen Smoker. Ich hab eh grad keinen Bock. Oh, was denn? Oh, danke schön. Okay, ich zieh mich mal zurück. Hey, Levin. Ja, danke schön, Rainer. Hi, Jason. Bist du? Levin. Levin? Das ist Levin. Heftig, siehst du scheiße aus. Ja, die Kleidung hab ich mir auch nicht ausgesucht. Boah, der ist aber schlechte Ware, du. Der bummst nicht richtig. Wer weiß, wo der den wieder geerntet hat, weißt du? Den hat er wahrscheinlich selber angebaut. Puh. Ja. Den merkst du fast gar nicht, ne? Oder ist es die Gewohnheit von dem ganzen Kiffen an der Hohen? Das kann auch gut sein. Ja. Was geht bei euch so? Ja, lecker Kiffen. Was machen die Jungs, Levin? Keine Ahnung, ich hab mir grad eben was zu essen besorgt. Achso, muss ich auch noch. Essen und trinken, Bruder. Ja, trinken muss ich auch. Also ich mach ein paar Salate, wenn jemand Bock hat darauf, kann ich euch ein paar abgeben. Achso, Salate, ja. Wie viel willst du dafür haben? Gar nix. Von Levin? Gar nix. Achso, danke schön. Levin ist ein Bruder. Aber die muss ich gleich eben erst fertig machen. Ja. Ja, warum kiffst du dann? Mach die doch fertig grad. Ach, halt die Fresse, Alter. Lass mich doch auch mal ein bisschen entspannen. Wow, hast du genug entspannt bei der Hellen? Ich muss mal Pipi machen. Jo. Ja, bis gleich. Kinders, ich muss euch weiter zählen. Ich muss euch mal weiter zählen. Pass mal auf. Pass mal auf. Der Papa, ne? Also ich, ne? Ja. Der Papa hat einen neuen Partner. Der Papa hat einen neuen Partner, ne? Und zwar hier, wenn ihr runterscrollt. Hier. Floorpad. Das sind Teppiche für unterm Schreibtischstuhl, ne? Ich krieg jetzt einen zugeschickt. Hier den. Den Artig Gamer krieg ich jetzt. Ja. Und dann kann ich euch erzählen, wie der ist. Und so weiter, ne? Ja, genau. Wollte ich nochmal vorstellen, hier. Ja. Der neue Partner von Gerrit. Ja. Genau. Und wenn ihr so einen Teppich kauft, ne? Gerrit. Zehn für zehn Prozent Rabatt, ne? Ja. Genau. So. Weiter. So schnell geht das hier. So. Der sieht schön aus, ja. Gefühlt mir auch, ja? Ich will hoffen, dass ich den morgen übermorgen kriege. Und dann mache ich ein Video. Und dann zeige ich ihn auf dem Stream. Warum siehst du so formell aus? Ja, war ich ein Puffer. Ich war ein Puff. Und wenn wir, wenn wir, ja, du fährst. Und wenn wir, wenn wir, das ist wie bei den Shakers, ihr kennt das ja, ne? Mit den Motorrädern. Viele Shaker verkauft, kriegt man einen eigenen Shaker und sowas alles. Oder viele Sachen gekauft, kriegt man einen eigenen Shaker. Und so ist das beim Teppich auch. Wenn man da eine gewisse Stückzahl, ich weiß jetzt nicht was, ich muss mit denen nochmal reden, verkauft haben, und dann kriegen wir unseren eigenen Teppich. Unseren eigenen Teppich kriegen wir dann, wa? So mit dem Smoker-Hut drauf oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Ja. Mal abwarten. Gugus, Gugus, Dankeschön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank für den Reset. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und King Molb, vielen Dank für 8 Monate. Danke, mein Freund, für die Zeit mit dir. Vielen Dank. Und Chris ist im 12. Monat ein Jahr. Dankeschön, Chris. Vielen, vielen Dank. Smoker-Teppich, ja genau. Mit so einem Hütchen drauf. Ich stelle mir das geil vor, wa? Ich stelle mir das richtig geil vor. Ich glaube, wenn ich den, ich kriege den einen, habe ich, kriege ich ja jetzt geschenkt. Den Artic, ne? Weil wir halt eine Partnerschaft zusammen haben. Und so ein Smoker-Teppich, ich glaube, wenn wir das schaffen würden, den würde ich mir an die Wand hängen. Den würde ich mir nicht auf den Boden legen. Den würde ich mir irgendwo hier an die Wand hängen, wa? Ja. Wandteppich. Forelli. Wie groß sind die Teppiche? Wartet alles ab, Kinder. Das wartet ab. Stehen müsste da eigentlich aber auch stehen. In der Beschreibung. Aber wartet ab, bis ich morgen meinen habe. Und dann kriegt ihr alle Infos. Ja. Also was ich jetzt gesehen habe, das hat mich auch überzeugt. Ich habe das beim Basti gesehen, beim Sirenia. Von der Qualität her. Verarbeitung, die Nähte, alles sauber und so, ne? Also doch. Ja. Warten wir mal ab und dann kann ich euch was sagen. Kann man den Code nachträglich eingeben? Hab mir gestern einen bestellt. Gestern? Bei wo hast du denn einen bestellt? Wow. Stornier das los. Mach das hier unten über den Link, Junge. Riecht der auch, ja nach mir. Ja. Wo fahren wir hin? Ja, müssen wir mal gucken. Gleich ergattern wir ja was. Ich muss was zu essen haben und zu trinken. Ja, warte, hier. Kannst du was haben? Hier. Was ist denn das? Ja, 24-7. Achso. Achso, stimmt ja, ne? Ja, dann müssen wir warten. Komm, dann fahren wir wieder zurück. Ja, dann komm. Ne, ich wollte nur mal ganz kurz eine Runde drehen. Achso. Sitz die Teppiche einen Tag lang ein. Wenn ihr das wünscht, mache ich das natürlich für euch, ne? Aus echter Gerhard. Oh. Sollen wir mal Shops machen? Weil ich schuld dir ja jetzt noch Geld für das Motorrad. Nee, tut's mir gar nichts. Wo sind die anderen denn? Ja, weiß ich nicht. Dann kannst du ja mal Frank anrufen auf der Inventur starten. Nee, warum soll ich den denn anrufen? Ja, vielleicht machen die ja mit. Die Inventur. Was für eine Inventur. Ja, f*** die Läden. Inventur. Ja. Bist du doof? Nee, frag den mal. Nein. Das geht normalerweise relativ fix. No parking. Ja, was meinst du? Die sehen schön aus, ne? Die sehen nicht schön aus, die sind auch gut. Weißt du, was dir auch gut aussehen würde? Wenn der Tank, ich weiß, ich glaube, das kann man wie bei dir. Ja, guck mal, deine ist ja hier an der Seite am Tank so schwarz noch, ne? Ja, ja. Wenn man das bei der vielleicht weiß machen würde. Nee, das sieht wieder komisch aus, ne? Kommt drauf an, ne? Dann hättest du hier vorne weiß, ne? Wo? Hier vorne. Nee, das sieht scheiße aus. Du meinst du? Das Schild hättest ja weiß. Oder Silber, ein schönes Silber reinmachen. Nee, ich lass die so. Weil lackieren kostet ja auch wieder Geld, ne? Ja. Wie teuer ist das? Ein Auto kostet so 2000 rum, ne? Kann ja beim Moped nicht so viel sein, ne? Ja. Das ist echt ein schönes Ding. Ja. Nur mal anmachen, hören. Ja, hör mal. Die blubbert, ne? Hört sich gut an, ne? Ja. Na, so, ne? Ist das deine? Ja. Und die Sarah, wie geht's hier? Ich kenne Grosz-Strecke. Ja, was? Ich kenne Grosz-Strecke. Ja, und? Ja, da kann man ja nix mal die Dinger ausprobieren. Ja, können wir machen. Wo ist denn der denn mit dem Essen? Ich hab Hunger. Ja, der Levin ist grad am Zubereiten, komm. Ach so. Da müssen wir warten. Ja, komm. Hast du schon meine Bude gesehen? Nee. Komm mit. Welche Nummer? Warte. Das ist die Nummer 13. Echt? Hm. Hm. Wow. Schön, ne? So aus wie bei mir. Nee, kann gar nicht sein, Junge. Ich wohne in der 20. Wo, ihr? Ja. Komm, ich geh mal in deine Wohnung. Ja. Nee. Hier sieht es gut aus, Dodo. Ja, ja. Was ist? Nix. Schön, ne? Ja, toll. Willst du auch ein Wasser? Was? Ja, gerne. Okay. Ich schenke dir eins, weil ich so ein Wohltäter bin. Ja, danke schön. Bitte schön. Du trinkst das doch jetzt gerade nicht, ne? Warum? War das Wasser aus meinem... War das bei mir raus? Aus meinem Lager? Ja. Das waren Pipi-Proben. Die muss ich noch dem Arzt abgeben. Was? Was? Ja, da habe ich reingepiss in die Flaschen. Dodo. Jo. Was machst du denn jetzt? Dodo, lauf, Junge. Lauf. Was für ein kleines Arschloch, ey. Ohne Scheiß. Dumme Sau. Das ist echt ein Asi. Dodo, das ist echt... Das ist der größte Asi, den ich kenne, ey. Du bist ein richtig Arschloch. Ja, weil du ein Assi bist. Tja, ich... Irgendwo muss ich auch reinpinkeln. Wenn die die Proben für den Arzt haben wollen. Hey, sollen wir in Flaschen pinkeln und die im Stadtpark verteilen? Die sagen noch ein bisschen... Mh, schmeckt das gut. Das geht die Kiele so runter. Ja. Wir können ja sagen, wenn die sagen, warum ist das so salzig, ne? Dann sagen wir, das ist Berg-Felswasser. Weißt du? Aus den Bergen. Natürlich gesalzen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. Hast du noch eine Flasche? Ja, natürlich hab ich noch... Nee. Müssen wir kaufen gehen, ne? Jo. Nee, wir müssen eine leere Flasche. Die hab ich hier vorne aus dem Müll genommen. Die leere Flasche, weißt du? Wo? Ja, hier vorne. Oder wir trinken eine Flasche aus und machen die voll wieder. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und dann hab ich die gefüllt eben halt. Weil der Arzt ja gesagt hat, der braucht Proben. Komm, wir gehen Wasser holen. Ich trink die leer und du piss die voll. Ja, so viel Pisse hab ich doch gar nicht mehr. Ja. Machen wir schon, komm. Sven, ja, na? Nee, ich hab noch nichts bekommen. Bei mir ist noch nichts angekommen. Ich werd da morgen nochmal nachfragen, Svenja. Aber bei mir ist noch nichts angekommen von Aorus. Sonst wüsstet ihr das schon. Ich weiß, dass die beim Andreas sind, weil das alles beim Andreas ist. Ähm, ich weiß nur nicht, ob der das jetzt schon losgeschickt hat oder schon verpackt hat oder was. Keine Ahnung. Also beim Andreas ist das schon, das weiß ich. Bitteschön. So. Wasser, ne? Ja, ja. Ich nehm drei Flaschen. Ja. Komm mit. Ja, warte. Halt die Flasche hin. Nee, warte mal. Warte mal. Dann kipp ich mal eine aus, ja? Nee, warte doch. Ja. Hier, hier. Quatsch. Ja. Du musst ein bisschen tiefer bitt mich mal. Nee, zieh erstmal die Hose runter, Junge. Ja, warte doch. Zieh die Hose runter. So. 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 So, bitt dich. Nee, ich geh so, warte mal. Ich halt die Flasche genau unter den Kippen. Alter, warte, warte. Hör, dein Penis verschwindet ja komplett im Flaschenhals. So, warte. Hör. Wieso? Ist der so drin, Dodo? Ist der magersüchtig? Habt du mal schon. Gehst du dir nicht genug zu essen? Hör. So, das reicht. Jetzt blubbelst du drüber, du alte Sau, auf meine Finger. Was bist du für ein Assi? Gib die Flasche her. So. So, zumachen. Was machst du denn jetzt? Ja, ich pisse weiter. Oh. Da ist eine ganze Pfütze, du alte Sau. Hör auf jetzt. Ja. Ich kann nicht. Guck mal. Alter, bist du auch mal noch nie an oder am Pinkeln? Oh. Ich glaube, da war auch sogar ein Stein drin. Oh. Nie ein Stein. Hier. Den ich gerade rausgepisst habe. Oh. Oh, die Flasche ist richtig warm. Ja, ja. Das ist beheiztes Quellwasser. Oh. Komm, Dodo. Zieh die Hose an. Das ist beheiztes Quellwasser. Aus den Bergen. Bist du Abu, ne? Screamless, danke schön für 13 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Ruf mal den Herbert an. Warum? Den verkauft man das. Ruf den mal an. Nein. Warum? Herbert ist ein Lieber. Ach, der kann auch richtig gut gorgeln damit. Travis, na. Das ist wirklich gut, ne? Dodo. Ja? Du hast dich total verändert. Das sagen alle. Hab ich gar nicht. Nur, weil ich in die Flasche pissen habe. Kann ich auch nichts für, wenn du die trinkst. Nee, dein ganzes Wesen. Alles. Hab ich gar nicht. Okay, weiter. Kannst du doch nicht machen, sowas. Du alte Sau, ey. Alte Pottsau. Bist du ehrlich? Weißt du, das ist bei ihm eine große Schnauze und alles, weißt du? Und dann hörst du das so. Dann kriegst du den Kotzen. Ach, schön. Was machen wir hier? Ja, die Pisse verkaufen. M-m. Da habe ich schon jemanden für. Ach so, okay. Ja, dann komm, dann schenke ich mal wieder auf. Ja. Da fahren wir jetzt wieder zum Kech. Mal gucken, ob der Frank da ist. Okay, Olli. Wie heiß ist du doch? Ja, Smoker. Nein. Marvin. Ach, Marvin. Kann ich nicht Kevin sagen zu dir? Ach so, habe ich euch ganz schön erzählt. Dann waren wir auf der Insel mit Shiva und so, ne? Und dann wollten wir runter und dann bin ich da als Wasser gesprungen. Aber ich kann ja nicht schwimmen. Das weißt du nicht richtig schwimmen. Das weißt du. Und das war richtig kalt und so. Ich konnte mich nicht bewegen, weißt du? Und da bin ich bewusstlos geworden und keine Ahnung. Irgendwie haben die mich gerettet oder so. Rufschrauber, Aliens, Raumschiffe oder sowas. Ich weiß es nicht. Und Shiva sucht mich wohl, hat die mir geschrieben. Echt? Die sucht? Ja. Ja, soll ich die mal anrufen, dass die Suche aufhört? Wieso? Ja, sonst sucht die dich ja immer weiter. Was soll ich los machen? Komm. Schön. DJ. Die Liebe. Ach, du bist ein Vögelchen. Kratsch mal am Kopf. Oh, scheiße. Bist du doof, oder was? Ich meine, damit du hast noch einen Helm auf. Was machst du denn? Für was? Du hast noch einen Helm auf. Zieh den Helm auf. Jo, Tasche machen, Junge. Jo. Warum kniesst du dich denn jetzt? Ja, weil du eine Gottheit für mich bist. Ah, okay. Gut? Nö. Ja, scheiße. Mach ein Motorrad auf. Äh, DJ Dragon High. Bist du des Wahnsinns? Das sind 40 Sub-Geschenke. Ballert mal Liebe raus für DJ Dragon High. Jetzt schau mal auf deiner. Ja. Wo ist sie denn? Also hier. Ähm. Äh. Äh. So. Äh. Dodo, ich muss mal gerade Handy was gucken. Ja, dann macht das. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es los. Herzlich willkommen. Großer, dicker Mann. Ricky Schwarz. Gunneron. Shizo Prime. Camaro Girl. Neo. Tim Tim. Grizzly. Mia. René Schulz. Bandax. Der Maker mit dem Bagger. Superbenzin. Ipulix. Imbazimba. Flying. Jedi. Typhon. Nocku. Eisshock. Sekura. Herzlich willkommen an GermanEye. Heisenberg. Jay-Z. Beatsack. Gimmin. Steffen Fischer. Sei willkommen. Darikon. Game One. Leland. Samplex. Zino. Phoenix. Fade. Jaycon. Maddox. Sei herzlich willkommen. Eranger. Tobias. Graubart. Lippo. Pup von Klapperstein. Herzlich willkommen. Lobet und Preise. DJ DragonEye. Alter, du bist ja total durch. Bist du irre? Ja. Bist du irre? Alter, da waren 40 Subs. War? Soll ich mal was geiles zeigen? Pass mal auf. Habt ihr schon mal sowas geiles gesehen? Guck mal hier. Ja. Das ist ein Arsch, war? Ja. Das ist ein Arsch. Ha. Hey, vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß. Das ist sehr, sehr großzügig von dir. Vielen, vielen Dank. Ja. Show. Ein Knackfützchen. Show. Du bist total irre. Maura Dekote. Ja, muss sein, ne? Ja. So. Ja, warte, ich hab was für dich hier. Was hast du denn für mich? Essen. Essen. Vom Levin. Dankeschön. Bitte. Was denn, Dodo? Warte. Nolli, Dankeschön. So, einmal davon zwei. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Zwei Salate. Und zweimal Abfälsaft. Direkt mal Salat essen. Und einmal trinken. Das ist aber lecker. Das ist... Boah, schmeckt das... Hast du das selber gemacht? Ja. Wurde ich sagen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Dieser sarkastische Unterton. Nee, wirklich. Schmeckt richtig gut. Dankeschön. Brauchst du noch ein bisschen mehr? Ein bisschen habe ich noch. Nee, ich will dich ja nicht berauben oder so. Aber ich habe genug gemacht. Sag mal, wie viel... Du hast ja bestimmt auch früher mal Sandwich geschmiert, ne? Ja. Wie viele ungefähr hast du in deinem Leben schon geschmiert? Möchtest du das wirklich wissen? Ja, ungefähr. Vielleicht. Äh, also geschmiert, wenn man das mit geschmiert sagt, äh... 500. Was? Ja. Ich habe ziemlich viele geschmiert. Ach du Scheiße. Und dann hast du keinen Bock mehr und hast Salat gemacht. Genau. Dann, äh... Oh, das ist aber viel. Da hast du aber viele geschmiert, ne? Dann war ich endlich so... Konnte ich mir endlich ein neues Rezeptbuch kaufen. Was soll ich dir sagen? Dankeschön. Ja. Zur Friseur, ey. Ja, du, du sollst mal los. Bis später, Jungs. Ja. Oder was? Ja, warte mal. Ich rufe mal an Frank an. Ich muss es schieben, ne? Scheiblette. Richtig. Wo ist denn John? Aber weißt, wie du dich gerade fühlst. Mir geht es gerade genauso. Echt. Du bist echt direkt in der Behörde. Ohne Scheiß. John, mein beruflichste Freund. Hör mal. Starten wir nachher was? Gelber Stern, Dankeschön für den... Für das Sub-Geschenk. Vielen Dank, dass du das für uns machst. Ja, Smoky will mitmachen, Inventur. Und Devil's Dream Geier. Herzig bekommen. Was hat er gerade gesagt? Ist der doof, oder was? Devil's Dream Geier. Herzig bekommen. Ja, ja. Was laberst du für eine Scheiße? Ne? Okay, dann bis später. Ciao. Wie, Smoky will mitmachen? Machen wir so doof? Komm mit. Wohin? Ja, die sind doch beschäftigt. You watch things for innen. Ja, komm. Ja, sag das doch. Wer ist mit deiner? Ich fahre mit meiner. Ja, soll... Ja, soll... Sollen wir Shop machen? Schon mal? Dann würde ich dir das geben. Was denn? Ja, das Team ist gut. Aber wenn wir das mit den Jungs machen, ne? Ja. Das nutzt sich viel mehr. Wieso? Ja, die machen da so einen großen Stil. Gegen Inventur. Wie großen Stil? Ja, einen ganz großen Stil. Komm, machen... Fahr mal Park. Ja. Ja. An-an-an-an-an-an-an-an-an. Würde ich erst mal? Wie, ein Süßerberg? Und da? Ja, das ist... Das ist kurz. Das ist zu schnell für mich. Das ist zu schnell für mich. Das ist zu schnell für mich. Der Vater wird langsamer. Danke für den Host, vielen, vielen Dank. Das ist viel zu schnell. Du musst langsam, du musst ein Gefühl haben, wie bei einer Frau. Was ist denn jetzt? Die Hände mal kurz hoch. Kennst du das nicht? Und dann die Hände zum Himmel. Oh, scheiße. Es hat mir geschrieben. Wir klatschen zusammen. Shiva. Was denn? Ich schreibe mir, Smoker, wenn du das liest, dann lebe ich noch. Wir müssen uns mal treffen. Sag niemand, dass ich lebe. Hä? Die ist so klappt. Die ist total irre, du, du. Ich glaube wirklich, ich habe einen Murmel. Ja, lass doch mal lieber sein, ey. Ja. Komm, muss auch, muss auch vorstellen. Du gehst zu der Hände und sagst so, hör mal, Shiva. Mit uns zwei wird nichts mehr. Ey, die bringt dich eiskalt um. Mich? Ja, ja. Wow. Wow. Komm. Nee, hier kennt man ja gar keinen, Dodo. Ja gut, dann macht man nichts dran, ne? Ja. Komm, ich setze uns nach vorne mal hin. Zieh mal deine Mütze auf. Was soll ich aufziehen? Deine Mütze. Warum? So? Ja. Setz dich, Dodo. Okay. Dodo. Ja? Scheiße. Ah, da kommt der Kleefisch. Hallo, Toto. Hallo. Man erkennt euch einfach gar nicht. Was? Ja, ist doch so. Ratzelmob, danke schön für sieben Monate. So, war ich toll aus dem, beim Undercover-Outfit heute. Ja, aber richtig. Du siehst ja richtig aus wie ein Kump. Ja, er sieht aus wie ein Inspector Gadget. Ey, wie ein Kleefisch. Wie wer? Er ist ein Kleefisch. Ah, da muss man dein Handy nehmen, ne? Und da muss man gucken, Kommissar Kleefisch. Ja, ich glaube, den habe ich nicht in meinem Handy. Gucke ich mal bei Gelegenheit. Ja, mach das mal. Okay, wir stellen euch auch nicht weiter. Nee, du stellst uns doch nicht. Wo sind die Jungs? Keine Ahnung, ich bin mit meiner Herzensdame unterwegs. Und sehe scheiße aus dabei. Und wo ist die? Kann ich die auch kennenlernen? Ja, klar, steht da vorne. Und die wird in den Orangen und in den Haaren. Wie, du hast schon wieder eine neue? Ja, normal. Ja, weißt du, ich bin out. Ich bin einfach... Ich sehe da schon einen. Zu langweilig. Ja, irgendwie schon. Ja, ich glaube, für den Smucker wirst du nicht so langweilig. Mir ist auch oft langweilig. Echt? Sollen wir uns zusammen mal langweilen? Oh, das können wir vielleicht mal zum... Jetzt, wo ich abgeschrieben bin. Darf ich dich was fragen? Ja. Arbeitest du gelegentlich? In der Diskothek-Club, sowas? Hm, sowas. Du tanzt, ne? Mhm. Oh, ja. Kannst du mal Jerez sagen? Äh, Jerez? Wie geht's dir, Jerez? Ja, sie ist echt. Was ist denn, schönen Abend? Ja, nee, reicht. Du, du, komm, wir müssen gehen. Wir müssen weg. Okay. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschö. Bis später. Schöne Jerez. Das hört sich gut an, ne? Wäre die Dame, ne? Ja, wenn die das Jerez sagt. Ja, die hat für mich getanzt, den Puff. Nee, echt? War das die Dame? Ja, das war die, glaube ich. Ja. Okay. Die und ne andere. Und noch ne andere. Wie viel hat sie denn gehabt? Drei. Wie viel Kohle hast du denn da gelassen? Ich glaube, 1100 oder so. Ja. Au. Komm, wir müssen noch Schütze holen. Oh, Schütze, ja komm. Schöne Stimme, ne? Ja, da sind die Typen direkt wieder da, ne? Ja. Ja. Natürlich, ne? Kennen wir ja. Wie soll's auch anders sein, ne? Typisch Mann. Das Ding ist echt schnell, ne? Das ist sehr schnell. Abgeschlossen. Äh, äh. Was? Gelber Stern, schon wieder ein Zap geschenk? An Sleeping Grizzly. Herzlich willkommen, Sleeping Grizzly. Dankeschön. Gelber Stern. Und Sally ist im 14. Monat. Vielen Dank für die 14 Monate, Sally. Und Afri Cola kriegt schon wieder ein Zap geschenk von Gelber Stern. Vielen Dank, Gelber Stern. Was hat er für ein Motorrad, hat Tutto mir gekauft. Ich hab dem 26.000 gegeben. Und die Kiste hat jetzt, hat er 30.000 für bezahlt, also 4.000, ähm, hat er von sich drauf gelegt. Genau. Ja, das ist ein geiles Ding. Abhanglos um ab, ne? Ich hab 1000 Dollar bei, ey. Hä? So. Einzahlen. Nein, nein, nein. Kann man die Motorräder pimpern? Der da ist voll getunt jetzt, von der Geschwindigkeit her und so. Was man da alles machen kann, ich weiß es nicht, wa? Müssen wir mal da zu unserer Werkstatt fahren. Die war an, ne? Johnson! Scheiplette! Was? Ich glaub, ja. Die allererste war das. Wo hast du die jetzt? Wo ist der denn? Was war das Motto? Was war das Motto? Banana jen, wie geht's dir? Nicht lespeln. Ne, ich versuch wird. Obwohl ich hatte Augenbrennen jetzt gestern haben, ne? Muss ich noch nicht tanken. Ne, ist voll, noch fast voll. Ah, okay. Nichts. Was ist das? Dodo, soll man schon mal anfangen? Ja, hier in der Stadt direkt. Ja, warte. Ja, also komm. Fahr du vor. Moment. Du hast... Tune, ne? Ja, du auch. Du auch. Sind die da reingegangen? Ja, ja. Ich auch. Ich habe mir das Video diese Nacht noch angeguckt, teilweise, also mit Vorspulen und so. Es sah schon ekelhaft aus, ne? Es war auch echt ein beklemmendes Gefühl im ersten Moment, wo die Pampe, wo die Augen dann zu waren, Mund war zu und so, ne? Ich denke, oh, hoffentlich versagt jetzt nicht die Nase und so. Ja, es war schon irgendwie nicht erdrückend, aber so ein bisschen beklemmend, ne? Hat Spaß gemacht. Aber es ist eine Riesensauerei, kann ich nur sagen. Es ist eine Riesensauerei, ne? Boah, Sanuken hast du jetzt nicht geschrieben, oder? Warte. Aber wieviel paar Taschen... Hier kann man nur Taschen, ne? Ja, ich habe Taschen voll, warte mal. Oh, warte, 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 warte Okay Moment Kanone gezogen? Mach Und raus Jetzt müssen wir das nur bei ihm im Auto, denke ich mal, lagern, oder? Das ist so gefährlich, hier so ohne rechts nach links gucken, oder? Ich bin schon mal bei dir im Auto runter Ja, ja, deswegen hab ich aufgemacht Hä? Scheiße Wie scheiße? Ja, ich hab da wohl fallen lassen Nein, das ist schon Das Ding ist immer rappelvoll Ja, ich hab da fallen lassen Ja, weiter, komm Sag mal, mal gucken, was die Jungs machen Ja, okay Scheiße Eins haben wir auf jeden Fall Toll Ja, gut immer Der Motorrad ist noch an, oder? Ja, ja Gentleman, na? Ja, alles Gute bei dir Ich glaube, Gerrit hat da nichts mitgenommen Ja Da hast du echt Hallo, Günther Komm, hast du nicht alleine? Hm, warten auf Diego Achso, hallo Hallo Wo, wohnst du auch? Hier? Nee, wobei so halb Wieso halb, hast du keine eigene Wohnung? Hm, hier nicht, ne Im Templer Willst du bei mir wohnen? Hm, ich wohne schon bei Diego Also, also Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ich dachte, sie wohnt auch hier Wie? Ihr geht jetzt schon schlafen, oder was? Wir gehen immer um 10 Uhr schlafen Wir sind voll die Coolen Achso, ihr geht Haier machen, ne? Ja Ja Ich thrension Gute Nacht Schlaf, gut Danke schön Ihr hättest mir auch gespréter irgendwann Papierlich Ja Ja Geht Also dann, Adios Ja, Friday Das wäre die Chance gewesen Wofür? Ja, damit zu gehen bei denen zu schlafen Was? suchen die noch ein von drei oder was ja nicht schlimm ich komme direkt wieder ich ja das war es gibt das wasser ja wasser ist nicht so schön danke du willst du eine flasche wasser trinken du trinkst jetzt keine toton der frise wie geht's dir juna blue alles gut kommen wir nach vorne ganz viel salat entschuldigung ja tschuldigung hat jemand durst weil möchte jemand wasser haben ich habe das hergestellt ja probieren ok kommen ja wenn das geld ist nicht trinken ja trink ja und was passiert dann ja trink er kann ich nicht haben auch meinen herbert wie geht's dir ja die hat mir geschrieben ok und was hat sie dir geschrieben was war das so dass sie sie wäre ist wohl tot oder so und ich soll keinem sagen dass sie noch lebt richtig warum wir hatten jetzt so eine ziemlich blöde idee wir haben nicht richtig nachgedacht und es ist ein bisschen was schief gelaufen was habt ihr gemacht ich wurde von diesen scheiß rockern da oben im norden zusammengeschlagen hast du große schnauze gehabt sie war hatte die idee dass wir den den neuen da dass wir den mal ein bisschen beibringen wie man wie man leute beim richtigen überfall macht ihr du und schieber wollte das den leuten beibringen ich scheiße verarsch mich nicht verdammte scheiße du kannst du kannst ja noch nicht mal bis fünf geradeaus zählen und die kann noch nicht mal vernünftig reden guck mal was er aber ist die sich bei dir du kennst mich gar nicht richtig habe ich das gefühl ich war bei dir jetzt immer vor pass auf du machst den überfallen und pass auf du machst über frei schieber ist der anführer und dann steht ihr zwei davor so ein armen mann mit dickem portemonnaie und sagt dann halt so stehen bleiben das ist ein überfall der lacht euch doch aus ja 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 glaubt also dass die leute mich auslachen was hat so zeitweil denn ich von den rockern überfallen wurden oder etwas bei zu der bilder verhauen wurden ihr habt ihr das war so ihr habt ihr den rockern überfallen wir haben mit den deren nein wir haben mit ihrem gebiet haben wir geschossen den kamen diese komische mit von marianne an und hinterher gefahren den habe ich den habe ich die hat bedroht mit der waffe und habe gesagt die soll aussteigen da hast du nicht wirklich gemacht und haben uns umzingelt und dann sind wir abgehauen ich habe dabei auch noch ein motorrad leicht gerammt und dieser franz dieser wichser hat uns verraten verdammte scheiße der wut gehasst der idiot er hat euch verraten und hat uns verraten wieso irgendwie verrat hat er denn gesagt er hat geplaudert erwischt er sagte mich ja dann schmeißt den raus haben wir schon habt ihr schon und 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 für den schieber jetzt tot also er meinte hoffen dem ist das jetzt klar also ich sag mal so er meinte gerade zu mir ein freund von von randy hätte 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 schieber gestern irgendwie auf der straße gesehen da habe ich denn gesagt er hat sich bestimmt verwechselt ja dann sagt was tut ich habe sie ich habe sie im gleichen schauen gesehen und dann habe ich ihm doch erzählt dass das schieber meine tochter sei ich muss ihm irgendwas erzählen verdammte scheiße ich habe wieder gelogen wo hast du den rausgedrückt aber du hast auch kokosnüsse oder oder idiot ist natürlich meine tochter ach so ich dachte du hast die mutter wieso hast du gesagt du das ist dein kind du idiot bist du jetzt die mutter oder nicht weil ich habe den angelogen damit er mit ihm geglaubt hat weil ach so ich habe gesagt ich werde ja ich habe gesagt ich werde der vater weil weil er meinte also ich habe ihm gesagt er kann ich jetzt leichenschauhaus wo sie liegt er hat er gefragt warum ich da rein kann aber ehrlich ja er habe ich gesagt weil ich ihr vater bild also ja pass auf wenn mich einer fragt ich habe die nicht mehr gesehen ich weiß von mir ja richtig was machst du dir gerade um im auto geht schon die 50 runde ich erreichte dich die schieber ja die ist auch tot warum holst du denn jetzt also hatte ihr telefon abgestellt oder was eine neue nummer aber ja ich habe ein neues handy ja siehst du da kannst du da auch eine neue nummer aber ja ja und was ja weiter ich habe noch die alte nummer also ja warum kauft ihr denn neues handy ich habe mein altes verloren also also wenn mich einer fragt schieber ist tot ne richtig okay dann rufe ich gleich noch mal an ja ja also hast ja okay hast du die nicht gesehen wen die war die ist doch tot herbert okay er ist tot als gut die ist wirklich tot ich musste dafür unterschreiben hier beim notar nachlass die ist nicht tot die hat mir sieben wasserflaschen vermacht sieben wasserflaschen einen korb heben bär kannst du dir das vorstellen hat gesagt die hat mich geliebt die ist tot guck doch auf auf dings hier auf auf wie heißt das hier im internet star witzler oder wasserflaschen greifen ja guck mal bei witzler hier beerdigung hashtag beerdigung das sind doch alle todesfälle aufgelistet ok guck mal nach ne ok ok alles klar leg mal auf du ja bis gleich jo was was ist was ist dodo ja was ist denn da ich bin doch ganz krank ja mir egal was machst du kranken hause dass du denn der der reine ist glaube ich da drin und was gepostet hat er ganz viele nummern gepostet weiß ich bin doch gar nicht krank hey ist ja nicht schlimm wenn du nicht krank bist komm rein ah mein salat man das levin wes grüß dich wie geht es dir alles gut bei dir akumayuki dankeschön für acht monate vielen vielen dank für den resub dankeschön aber das ist natürlich heftig was er da gepostet hat der herbert hat mich angerufen ne ja die haben gestern abend stress mit der rockers gehabt und sind zusammengeschlagen worden nee ja ja shiva und er wie viel rocker ja weiß nicht welche rocker oder wer ja ich meine wie viele was denn das was worte rein denn das hier ja deswegen ach du scheiße ja und deswegen waren wir jetzt mal gucken guten tag alles gut bei euch natürlich wolkow fb mein name ähm können ich fragen wie sie reißen äh ja levin later was machen sie gerade äh tanken äh ja aber wo wollten sie hin sie meinen zu mir was ist denn hier los routinekontrolle denke ich mal ach so wer rein wie heißt der reiner was reine routine was hat denn der dings hier gepostet hier auf 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 wisselt die bissel da ja ich äh das ist ja alles von f f f äh und so wer ist denn der glatzkopf was marvin weber habe ich nicht bei habe ich vergessen wohin haben sie den ausweis um sich erstmal vorzustellen was für eine brust ich hatte als kind auch so eine marke sehr schön könnt ihr hier einen ausweis jetzt sehen oder du musst mir zum privaten ja ne wagen sie bitteschön smoker gerrit mhm wir kennen uns doch wieso wer sind sie denn juri was was ne du bist doch nicht was juri juri du kleines arschloch wie geht's dir sehr gut großes arschloch was gibt's neues ja eigentlich nicht viel ne was warum bist du warum hältst du uns an routinekontrolle ach so nee alles gut alles gut ein bisschen ein bisschen kiffern und so und dann alles gut wenn sie noch das ist juri juri ein freund von mir vom fib ja welcher reiner ich kenn zwei der mit musik den hab ich eben noch am park gesehen vor viertelstunde 20 minuten ungefähr ja vielen lieben dank ja bitte juri dir auch also warte mal juri hast du was zu kiefern bei bitte was hast du was lecker kiefern bei ob ich was dabei ja siehst du diese taschenlampe smoker die welt mir den arsch schieben oder was ja okay guck mal die haben nach einer gefragt juri ist fib ja ich weiß nicht was die intuation bei renner hinterher war weil das kann ziemlich bei was war die nummern die er gepostet hat das sind alles streng geheime daten von der fib das ist halt schwierig da überhaupt dran zu kommen vielleicht war ist er unter druck dass er sowas veröffentlichen musste um sein leben zu schützen das weiß man ja alles nicht weiß was ich meine oh guck mal was er stand die unit ja aber uns wegen sind nicht hier nee nicht wegen mir wegen meiner jetzt schon wieder allein kann man hey wisst ihr was warte mal wir machen mal schnell vom wiesel das kann man doch ausdrucken ne ja nicht dass die regierung hier das fib das alles löscht aus dem internet die kraft und macht haben die bestimmt weißt du was ich meine ja ja muss man alles dann dann hat man alles wer hier alles damit drin hängt und wer uns verarscht immer weißt du so wollen wir mal eben machen ja ich bin grad schon dabei das sind viele leute ne das sind auch leute bei von denen man das gar nicht denkt ich hab' ich glaube ich sollte mal ordentlich parken Dodo warum steht da Toto wie Höhö Dodo siehst du einfach wie nein ich war's heh komm du hast dich voll verändert ja warte ich ruf dich mal jemand wo du bist ja sagen alle dass ich voll verändert hast guck mal ne was dass du so schick rumlaust und so voll verändert hast du dich mhm wo seid ihr? ja ok kommen wir hin ja bis gleich äh die sind schon nicht mehr hier ok oh Madame Esel das ist ein Resub ne Madame Esel Dankeschön für den Resub vielen vielen Dank für die Unterstützung Mäcki Flecki vielen Dank für 100 Bits guck mal noch eine Runde mehr und ich wär' durch die Leitung gekommen und schöne Angewohnheiten im Real Life mach' ich das ja gar nicht also beim Telefonieren da sitz ich ja irgendwo oder steh' irgendwo ich lauf' nicht rum unser Sohn unser Sohn der ist schlimm da drin der läuft wirklich der läuft nur rum beim Telefonieren äh ne Sirenja Dankeschön für drei Monate vielen vielen Dank für den Resub Dankeschön also der läuft nur rum aber der ist total irre der Junge na rein oh Black Panther der Juri hat mich auch eben angehalten weil wir viel mit Rainer zu tun haben so ja glaub ich auch ja der Juri hat mich ja auch gefragt hier wo ich den gesehen hab und so Dankeschön Black Panther vielen vielen Dank ich hab Durst oder was sind wir los was sind wieder die Assi Kinder auf dem Spielplatz weißt du mit den Curryflecken ich spare Getty Eis in der Hand und Curryflecken auf T-Shirt wo ist immer hier äh ja die sollen wohl alle hier sein Thorsten 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 Dankeschön für 15 Monate vielen vielen Dank Serenja Basti wie geht's dir? Geht ich? Ne nicht wirklich Wo steht ihr denn? Achso ja nur du nur du oder was? Geht Holy shit man Ja das ist Eminem lass ihn in Ruhe ja Jo wo der wer seid ihr? Kiez Alle vom Kiez? Ziemlich ja Nice Oh Mann echt schwer euch auseinanderzuhalten Ach man Wir haben jetzt Eminem in unseren Reihen Na halt die Schnauzer wenn du wirklich ein Scheißleider hast dann wett mal was vor mach mal Yo everybody das ist mit mir und mich und dem Motto Pogging ist auf dem Fall oder wie? Ich bin froh wenn es 12 Uhr sein Du bist so unwohl einfach nur Ich bin so unwohl 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 Nein Seid ihr irgendwie Mischmach? Ja Ja so siehst du aus ja Ach nee Wie kommst du da denn drauf? Ich weiß nicht Ich bin so ein geil Wer? Irgendwelche Typen, die haben mir den Knarre an den Kopf gehalten, als die weggefahren seien, wurde ich eingesackt. Was hast du da gepostet, da auf Wizzle? Ja, die haben mich gezwungen, verdammte Scheiße. Wer ist das denn? Keine Ahnung, wer das ist. Die hatten Masken auf die Wand, komplett und schwarz. Weißt du denn, wo du bist? Ja, die haben mich, die haben mir grad... Die haben mich Fünfer geschlagen, die Wixer, Alter. Scheiße, oh fuck, wo bist du, sag mal, die holen kommen, oder was? Ja, ja, ich bin, die haben mich jetzt grad nicht hinten. Kannst du irgendwas erkennen, oder so? Ja, ich... Überall Blut. Warte kurz. Bist du im Schlachthof? Ne, hinten, warte mal, das ist... Du weißt doch, wo wir waren. Jetzt... Jetzt hab ich grad erfahren, dass meine Freundin einen Autounfall hatte mit... Ja, sag, wo du bist, wir kommen da hin. Ja... Hinter... Hinterm Pink Cage irgendwo bin ich. Ich hab mich da rausgelassen, die Schweine. Ja, wir kommen. Bis gleich. Okay. Oh. Dodo. Ja? Ich weiß, wo er ist. Echt? Wo ist er denn? Der ist irgendwo hinterm... Pink... Bei uns am Cage. Ah, okay. Sollen wir hinfahren? Ja, ich sag, nehm, bitte. Ja... Ja... Proximus Prime, wie geht's dir? Auf geht's. Du denkst, seid ihr? Was? Du denkst, seid ihr hier? Mit dem Schwarzen. Mit dem Schwarzen. Boah, der sieht ein 300-Schwarzer aus. Ja, der sieht davon aus. Batze, grüß ich, ne? Mein Name ist Melissa, alles gut bei dir? Ganz sprachlos da durch. Was? Der ist ganz sprachlos. Ja, ich merk das schon. Hast du den Stadtpark einfach nur, ne? Warum? Ja, wenn du dann mit dem Autogramm vorbeifährst, ey. Boah, es geht. Musst du aufpassen, dass du nicht welche wegmähst. Ja. Mach mal nicht damit. Verrückt die Leute. So. Correct, dankeschön. Okay. Komm, pack dein Auto. Okay. Okay. Der ist irgendwo hinterm Cage. Die haben den entführt und gezwungen, das zu posten. Was? Aber der weiß nicht wer. Der ist auch geschlagen worden. Der ist verprügelt worden ein paar Mal. Und dann hat irgendeine Leute, die hatten Maskenaufwand, ganz schwarz gekleidet. Die haben den entführt und haben den gezwungen, das zu posten. Und der ist ja hinterm Cage irgendwo. Ist der... Warte, da ruft er an. Hey, wir sind jetzt am Cage. Wo bist du? Ich sehe hier so ein Kreuz. Ich glaube, das ist bei der Ammonation. Ich bin auf dem Dach. Ein Kreuz bei der Ammonation auf dem Dach. Die haben mir die Beine kaputt gemacht. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich komme hier nicht runter. Wir kommen, wir kommen. Bei der Ammonation? Bei der Ammonation? Ah, da hinten, ja, komm. Jo. Ja. Gehen wir zu Fuß? Ja, okay. Ja, ja. Komm. Nein, nein, nein. Der Argentinian, ne? Juggernaut, wie geht's dir? Komm rein. Au, schmeiß, schmeiß. Au, au, au. Hey, rausch. Ammonation. Also irgendwelche Typen in Schwarz mit Masken haben den entführt. Mit Pistolen. Und dann haben die den gezwungen das zu posten da vom FIB. Und da haben die verprügelt. Vom FIB sogar? Ne, ja, vom FIB das gepostet, musste der da posten. Haben die gezwungen. Aber warum, weshalb der? Ach du Scheiße. Der muss hier irgendwo im Dach sein bei der Ammonation. Kannst du von hinten, kannst du da drauf, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Hier irgendwo, ne? Ja. Ja. Hier. Hier ist die Leute. Oh. Da muss ich mal da hoch. Ich weiß nicht, dass du fahren und Autos springen müsst. Ja, ja. Ich hab gefühlt. Ich kümmer dich um meine Freundin bitte. Oh. Was? Was? Wo ist denn hin? Oben. Oh. 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 Na rein, Rainer. Oh. Nicht so gut. Scheiße, wie siehst du denn aus? Die haben sich die ganze Fresse gehauen. Ja. Die haben ja fünfmal mit der Waffe auf dem Kopf geschlagen. Dann haben sie mir die Beine auch kaputt gemacht. Warte mal. Also die haben gesagt, ich soll nix sagen. Ich soll auch die Bulle nicht anrufen und so ne Scheiße. Warte mal. Ich, 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 ich. Hier hatte man Flächenwasser. Ich mach das mal auf. Halt dir das am Mund. Kannst du was trinken? Ja. Ich warte. So. So. Trink mal ein bisschen, Rainer. So. Trink mal so. Ja. So. Scheiße, was ist denn hier passiert? Warum? Was hast du da gepostet? Was? Hast du das alles gehabt oder? Haben die das gegeben? Die haben mir das gegeben und ich sollte das posten, weil ich so viel Scheiß Reichweite habe, dass es jeder an der Stadt zieht. Scheiß. Hast du? Die hat eine Maske genommen oder was? Ich muss das Krankenhaus. Musst du das Krankenhaus? Ja. Gut dann. Dieses Scheiß Handy. Was für ein Handy. Was für ein Handy. Hä? Komm Rainer. Dann, dann hake dich mal bei mir ein und dann, geh mal runter. Wie kriegen wir denn die Leiter runter? Kannst du die Leiter runter steigen? Geht das? Ich war so lustig. Ich hab ja kräftige Arme. Warte, ich geh vor. Nicht steigen. Nicht steigen. Jetzt schick den mal runter. Geh du. Wie, ich bin direkt dann hinter dir. Okay. Okay. Frag nicht nach wo. Scheiße. Ah. 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 So. Komm, langsam. Ja, Krankenhaus. Komm. Warte, ich mach dir da hinten die Tür auf. So. Maxine, Apollo Power, wie geht's dir? So. Aufmachen. Ja, iss auf. Achso. Okay. Butterkeks, dankeschön für 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und Thorsten ist im 15. Vielen Dank, Thorsten, für 15 Monate. Die haben mich... Weiß ich nicht. Die war maskiert. Die haben mich entführt. Und ich sollte was misseln. Ich muss da irgendeine Liste misseln. Von FIB und G-Unit Agenten. Die haben mich bedroht. Fuck, ey. Nicht mehr. Ich hatte noch nie so viel Angst. Auf alle Fälle ist krank. Aber sie kann sonst auch... Dieses scheiß Telefon. Ja, ich glaube. Ah, ernsthaft? Ne, ich hab wohl Knarre bei. Ja, ich auch. Ja, wir müssen ins Krankenhaus. Ich regle das. Entschuldigung. Wir haben jetzt Schwerverletzten im Auto. Die wollten gerade zum Krankenhaus. Bitte. Achso, ja. Wir müssen gucken, weil die Tür offen war. Ja, dankeschön, ja. Achso, ja. Alles klar, dann auf geht's. Danke. So, und go. Warte. Äh. Da war Nana. Ja, wir sind gleich da rein. Beruhig dich. Ja, wir sind gleich da rein. Ja, wir sind gleich da rein. Das, das FIB sucht dich auch einer. Was? Ja. Ja. Na, das war ein Stein für vertrauliche Daten, also. Das musst du klarstellen. Ja, was ich, sie haben gesagt, wenn ich anrufe, dann sterben Leute, die ich mag. Ja, aber, so kannst du vielleicht als, wie nennt man sowas, Staatsfeind Nummer 1 oder so? Keine Ahnung. Ja, also, so wie es aussieht momentan, ja. Warte. Wie los? Hey. Da ist Telefon. Ich an dich. Ich bin im Krankenhaus. Oh. Krankenhaus. Tu langsam. Oh. Oh. Komm. Komm. Ja. Wir sind bei dir, Rainer. Ja, aber auch, absolut. Ja mal, du musst aber mit, mit dem FIB reden, Junge, ne? Der, die haben, ja. Sonst landest du lebenslang in, 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 in der Ukraine. Was soll ich denn tun? Ich wurde entführt, verdammt scheiße. Ja, das kannst du denen ja auch so sagen, dann. Musst du ja auch so sagen. Sonst denken die, du bist ein bisschen Verräter, also ein Landesverräter, wie das heißt. Ja. Oh Gott, Rainer, geht's dir gut? Nee. Hallo. Äh, hallo. 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 Oh Gott. Ach so, Scheiße. Ach so, Scheiße. Ach. Warte. Warum? Warte. Ja. Warum soll jemand Rainer entführen? Verprügeln? Und ihn zwingen, sowas zu posten? Bitte Schmucker. Ja, krank aus. Alles klar, spasiba. Okay, ciao. Ciao. Es, es, es macht keinen Sinn, ne? Es wurden, es wurden Daten gepostet, äh, wer alles beim FIB und GE-Unit arbeitet. Hey Laser, diese komische Japanerin hab ich gehört. Wo hab ich ihn geboren? Ja. Wo hab ich ihn geboren? Wo hab ich ihn geboren? Ähm, und dann wurde mir beim letzten, ja, mein letzter, das ist jetzt schon ne Johnson. 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 Ja. Komm mal mit arbeiten. Ja. Komm mal mit arbeiten. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon mit ihm gesprochen hast. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, ob du schon mit ihm gesprochen hast. Ja, scheiße. Ja, okay. Bleib, 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 bleib. Oh. Nein. Kann mir nicht auf den Rücken. Bleib mal hier. Rücken gucken. Ja. Das sieht gut aus. Wir müssen das vielleicht nur sauber machen. Aber, ja. Maserzwerg, danke für den Host. Die sollen nicht hier rausgehen, oder wie? Ja. Erstmal bei Rainer. Rainer ist nämlich auch im Krankenhaus. Okay. Hier drin. Hä, wo ist denn Dodo? Was ist denn verraten? Und der hat... 60? Mhm. Okay. Hast du jetzt Rainer verraten? Bist du doof, oder was? Ich weiß nicht, dass Rainer wird jetzt geschützt vom FIB. Ich wollte hier nochmal sagen. Und ich hab mit Juri damals die Abmachung gemacht. Ich hab damals schon mal Geld. Zwei Mal Geld von Juri bekommen. Nee, das ist ne Weste. Und, ähm, wenn ich dem halt Infos klebe, dann krieg ich immer Geld von dem. Aber er will nicht reden. Äh, was? Ja. Schöne Weste, wollte ich sagen. Weil Komplimente sind in der Stadt nicht so... Schöne Kette haben sie. Danke. Und ne schöne Freundin. Das ist nicht meine Freundin, das ist nur eine Freundin. Ach so. Äh... Dann noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Bitte. Und die wussten das eh schon, der war ja schon hier. Hm, hm. Als hab ich 200 Dollar für das nix tun. Aber wo ist Dodo? Okay, aber dann kann das FIB... Okay. Okay. Ich hab mit mir grad gesprochen. Äh... Dodo! Dich erkennt man gar nicht. Mhm. Warum? Ich war schon besuchen überall. Ach so. Ja. Ja. Ja, weil wenn ihr... Okay. Ja, weil wenn ihr... Ja, wissen, äh, was jetzt passiert ist mit dem Rheiner und so, ne? Ja. Wegen Staatsfeind Nummer 1 und so. Ja, und? Das ist doch eigentlich... Ja, hab ich ihm das erklärt, dass er, äh, dass du den angerufen hast und so und so und das... Aber in der Zeit haben ihn sicher viele jetzt gesweasert oder so. Ja, ja. Ja, ja. Johnny, komm mal mit aufsagen. Okay. Johnny arbeitet auch mit denen zusammen. Hehehehe. Ganz komisch. Hehehehe. Johnny auch. Oh. Slim. Okay. Ja. Wo ist der Rheiner? Behandlung jetzt? Ja, ja. Das ist jetzt eine Behandlung, ne? Den haben sie reingetragen. Meinst du, wir können gehen zu der Behandlung, Mann? Weißt du, die hier sind ja auch und sie fragen mich auch so. Ich glaube... Meinst du, wir können gucken nach die Ditalin und die Marianne, Sie Mann? Ne, glaube ich nicht. Glaub ich auch nicht. Glaub ich auch nicht. Kommst du nicht rein? Lass mir sie nachhören. Wo sind sie eine Doktor, Mann? Oder so eine Doktor wie Dr. Urteiner ist, Sie Mann? Da seht ihr mal. Tote wurde zu Unrecht verurteilt. Der echte Spitzel ist Smogma. Das war doch schon ganz am Anfang. Ganz am Anfang mit, ähm... Sind Sie eine Doktor, Sie Mann? Mit wem waren wir da unterwegs? Das ist Doktor Chivago. Wir waren doch drei Mann, ne? Oh, bitte Doktor, Sie muss Ihnen helfen, die Ditalin und die Marianne. Bitte, ich flehe Sie an mit meinem ganz tiefen Corazon. Das da beschlägt die Brust, ist jemand. Wir haben unsere erste Kohle empfangen. So. Ich weiß das gar nicht mehr. Kann ich mal kurz mit dem Herr Doktor unter vier Augen sprechen, wenn wir gerade hier sind? Hallo? Ich weiß es nicht. War das noch einer von euch? Bitte helfen Sie, Herr Doktor Martin. Ich meine nicht Sie, ich meine den Herrn Schmoker. Ja. Was denn? Können wir kurz reden? Ja, klar, komm raus. Ach, mit Ajo, ne? Wer war da noch bei? Stimmt, Ajo war ja auch mit Juri. Haben Sie schon gehört, was gestern passiert ist? Ne, was denn? Okay, also passen Sie auf. Wir wollten gestern der Herbert mit Herbert Überfälle machen. So. Und die Shiva war dabei und der Herbert und der Randy und ich. Und dann wollten die die Marianne da so eine Tuse vom Stadtpark entführen. Das ist aber eine Freundin von uns allen. Und dann haben die das durchgezogen. Ich habe gesagt, sie sollen aufhören. Der Herbert hat aber einfach weiter gemacht. Jetzt wurden wir alle von den Rockern vom Biker Club festgenommen. Und alle sagen, dass ich schuld daran wäre. Stimmt aber eigentlich überhaupt nicht. Und Shiva ist verschwunden. Wie schuld? Warum sollst du denn schuld haben? Herbert hat mich da stehen lassen und die anderen sind einfach weggefahren. Und dann haben die Rocker mich festgehalten und wollten wissen, wer die anderen drei waren. Moment. Und dann hat Herbert mir die ganze Schuld in die Schuhe geschoben. Die Rocker haben dich festgehalten. Ja, genau. Und die wollten dann wissen, wer die anderen drei waren. Das hast du aber nicht gesagt, ne? Doch, habe ich. Weil die mich sonst umgebracht hätten. Und dann hat aber Herbert mich stehen lassen. Deshalb musste ich das sagen. Und es wäre gar kein Problem gewesen. Wir hätten das aufklären können. Aber Herbert hat immer weiter gemacht. Und dann hat der Rocker Club gesagt, wir sollen jetzt da alle hinkommen. Und dann saßen die da alle. Und die haben dann Randy den Fingernlakel abgezogen. Und mir haben sie mein ganzes Geld abgenommen. Und die Frau Shiva haben sie extra weggebracht. Und dann wurde geschossen. Und jetzt wissen wir aber nicht, wie es der Frau Shiva geht. Die meldet sich nicht mehr bei mir. Die habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich habe nichts gehört. Aber der Randy hat gesagt, er hat einen Freund, der hat sie noch lebendig gesehen. Kann mir gar nichts passiert sein. Und ich glaube auch nicht, dass die Rockerbande sich an der Frau vergreift. Aber Herbert ist ein Problem in unserer Bande. Das ist ein Riesenproblem. Der macht nur Ärger. Soll ich immer was sagen, Franz? Ja. Du bist das Problem. Warum? Du hast die Gruppe verraten. Du hast Namen preisgegeben. Ich habe aber nichts von der Gruppe gesagt. Ich rede gerade. Franz, ich rede gerade. So kannst du gleich um die Ecke gehen mit Toto. Du hast die Gruppe verraten. Du hast Herbert verraten. Du hast Shiva verraten. Du hast die ganze Gruppe verraten. Habe ich nicht. Ich habe die Gruppe nicht verraten. Du sollst deine Schnauze halten, wenn ich mit dir rede. Ja, dann reden sie doch. Dann halt die Fresse. So, du bist für mich das Ekelhafteste, was hier in Los Santos rumläuft. Du bist ein richtiger 31er, totaler Gruppenverräter. Okay, gut. Ja, und du kannst jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Du brauchst auch nie mehr wiederkommen. Alles klar. Schön. Tschüss. Sag gar nicht, Mann. Sag dem Jungen Bescheid. Wer hat den Namen bereits gegeben? Natürlich. Boah. Warte. Schmucker. Du hast doch, hallo, Herbert hier. Du hast gesagt, wir sollen den, äh, raus schmeißen, nicht? Warte. Ich habe dem gerade schon eine Ansage gegeben, was er für ein Verräter ist. Okay. Und er meinte, du wärst das Problem in der Gruppe und so. Ich sagte, du sollst mal sein, halt mal deine Schnauze und du bist raus und verpiss dich. Scheiße, echt? Ja, ja, ja. Er hat gesagt, du bist das Problem, Junge. Du machst nur Ärger. Ja, ich, ich habe gerade mit Shiva gesprochen. Wenn wir den rausschmeißen, dann verrät der uns doch nur. Schmeißen raus, Arschlecken. Wir müssen den loswerden. Arschlecken muss gar nichts loswerden. Wenn, dann kriegt er ein paar auf die Schnauze, wenn der irgendwas labert. So, jetzt fährt er weg. Okay, sag Shiva Bescheid, ne? Wir müssen, wir müssen den beseitigen. Der ist eine Gefahr für uns. Herbert, du bist eine Gefahr für dich selber. Sag Shiva Bescheid, dann rausschmeißen und fertig. Okay? Weißt du, was erzählst du da? Ich bin eine Gefahr für mich selber. Herbert, du hast mir erzählt, dass du in deiner Wohnung eine Kiste hast. Ja. Ja, und da ist Spielzeug drin, ne? So, wo wir dich letztens besuchen waren, der Dodo und ich. Hat der Dodo in diese Kiste geguckt, die in deinem Schlafzimmer steht. Und was da drin ist und was du dir damit irgendwo reinschiebst, in welche Körperöffnungen. Da, Junge, du musst doch jeden Tag zum Krankenhaus und dich nähen lassen. Das ist nicht gut. Herbert, hör auf damit. Das ist nicht gut. Also, was ich mir irgendwo reinstecke, wie und wann und wo, das ist ja wohl meine Sache, oder? Ja, natürlich, aber du gefährdest dich ja, Herbert. Aber dein gescheißes Mucker, wir müssen mit dir reden, wir müssen nicht loswerden. Ja, ich bin noch im Krankenhaus wegen Rainer. Wie wegen Rainer? Ja, hast du auf Wizzl nicht geguckt? Nee. Ja, dann guck mal ein bisschen, was der Rainer da gepostet hat. Alle Namen vom FIB und G-Unit, alles. Was? Ja, der ist verprügelt worden und entführt worden. Guck mal auf Wizzl. Ich rufe dich zurück zurück. Wurde das nicht gelaufen? Ich rufe zurück, ja, tschau. Ja. Warte. Och. Get up. Hä? Was? Äh, hast du mal einen kurzen Ausweis für mich, bitte? Wieso? Ja, allgemeine Personenkontrolle. Wer sind die denn? Sind die da Frank? Nee, ich bin Agent Sky. Ich gebe mal kurz meine Marke. Ach so. Ja. Bitte schön. Bitte schön. Hätte gern einmal ihren Ausweis gesehen. Ja. Bitte schön. Ach, Herr Gerrit Smoker. Perfekt. Gerrit. Gut. Äh. Warten Sie mal ganz kurz her, ja? Äh, Koko? Mhm. Koko. Wo ist deine Cam? Ich dampfe gerade. Kragenheim. Ich wollte Personalausweis sehen. Wer? Der von da vorne, der Typ mit der Maske. Warum das denn? Ja, Personenkontrolle, sagt der. Ah, okay. Okay. Oh, ich glaube es ging eher darum, weil wir den gefunden haben. Oh, kann gut sein. Oh, das ist komisch, dass mich keiner fragt. Ja, hier, ich glaube der mit der schwarzen Maske, der böse Mann da. Der hat mich gefragt. Äh, habt ihr jetzt schon irgendwas, was, äh, rausgefunden wegen Rainer? Ne, noch gar nicht. Aber wir können ja mal den fragen. Dann müssten wir den Arzt fragen, ich weiß ja nicht wie es aussieht. Also, ich sag mal, das ist jetzt erstmal dahingestellt, was passiert ist, aber wie es Reiner geht. Ja, ja, das ist, vielleicht wissen die ja schon was. Der sah echt verdammt schlimmer aus. Aber warte mal, ich kann ja mal Nanna anrufen. Ja. Die ist da drin? Ja, ja, die ist da drin. Äh, ich bin's Toto. Äh, weiß schon was Neues über den Rainer? Der ist noch in Behandlung, okay. Du begrust mich gleich dann an, wenn du was weißt. Okay, danke dir Nanna, tschö. Nanna weiß auch noch nix. Okay. Der ist noch in Behandlung. Ich selbst Dankeschön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, ich bin sehr, sehr lieb von dir. So ein Scheiß aber auch. Katsomoto, wie geht's dir? Toto. Toto. Wer, ich? Hast du noch mal ne Sekunde für mich, Toto? Ja, ja. Herr Smoker? Ja. Kommen Sie mal kurz mit auf Seite bitte. Ja. Hallo, Frau Koko. Ich hab noch mal ein paar Fragen an Sie. Hat der Mann Sie eben genannt. Ähm, warum sind Sie grad hier im Krankenhaus? Ähm, weil das ein Krankenhaus ist und hier verletzte Menschen geheilt werden. Okay. Haben Sie eine verletzte Person hier hingebracht? Äh, ja. Wen denn? Den, 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 den Michael. Das war voriges Jahr im November, glaube ich. Dann im Dezember war das der Toto, der ist beim Fahrradfahren. Ich frag' anders. Ich, ich merke, ich muss meine Fragen spezifischer stellen. Haben Sie heute jemanden ins Krankenhaus gebracht? Eine verletzte Person? Ja. In der letzten halben, dreiviertel Stunde? Ja. Wen? Ein Mann. Wie heißt der Mann? Puh. Das ist eine gute Frage. Ich hab' da jetzt nicht gefragt, der war verletzt. Wie sah der Herr aus? Puh. Seltsam. Weg. Das war der, ja. Gut, wo haben Sie den Herrn denn gefunden? Oder wie sind Sie mit dem in Kontakt gekommen? Heute? Weil Sie den vorher aus dem Krankenhaus gebracht haben? Ja, wir unterhalten, kennen uns ja so ein bisschen. Da unterhalten man sich ja. Da müssen Sie nicht, wen Sie ins Krankenhaus gebracht haben. Vom Namen her. Ich weiß nur, dass der irgendwie, äh, r, 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 z oder r, t, r, t genannt wird, glaube ich. Oder Asi. Irgendwie sowas. Ja. Man grüßt sich ja auch, ne. Viele nennen mich ja auch nicht Schmoker, sondern Smoky oder so, oder Jered oder sowas, ne. Kennen Sie doch, ne. Ja. Ja. Und da, ja, haben wir ein bisschen geredet und dann hat er, da haben wir telefoniert und hat er mir gesagt, dass er verletzt ist. Da hab ich gesagt, wo? Und da konnte man direkt, sind wir eigentlich hingefahren. Ja. Und wo war das? Wo sind Sie dann hingefahren? Da, wo das Waffengeschäft ist. Wo? Also. Hier in der Stadt. Ja, da gibt's mehrere Spinnen. Also. Äh. Wo war das denn? Da im Norden der Stadt. Nördlich vom T-Shirt Bekleidungsladen. Ja. Da lag er auf dem Dach. Hat er Sie angerufen oder Sie ihn angerufen? Oh, das war, glaube ich, im beidseitigen Einverständnis. Der ist auf jeden Fall drangegangen, wo ich angerufen hab. Dann haben Sie ja bestimmt, dann haben Sie ja bestimmt die Nummer von Ihnen, ne? Von wem? Ja, von dem Herren, den Sie hier ins Krankenhaus haben. Ne, die hat er aus dem Telefonbuch. Die ist nicht mehr in Ihrem Telefon, ja? In meinem Telefon? Ja. Ja. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Puh. Wie hieß der jetzt nochmal? T oder Arsi. Wollt ich gucken, macht der Arsi. Ja, habe ich Telefonnummer? Ja, geben Sie mal durch, bitte. Wieso befragen Sie sich selber? Ist das Datenschutz geheimlich jetzt, oder? Ne, ist voll relevant für uns. Und damit dürfen wir die Informationen erhalten. Also, 5, 5, 5. Ja. 8, 2. Ja. 7, 1. Ja. 1, 5. Okay. Bitteschön. Geben wir mal kurz einen Moment, ja? Ja. Wenn ich feststelle, dass du mich verarschst, nehme ich dich mit auf den PD und dann quatschen wir da nochmal, ja? Hast du so verstanden? Ne, ich habe so gehört, weißt du was? Ich sag, wenn ich jetzt rausfinde, dass du mich verarschst hier, dann nehme ich dich mit und dann quatsch mal auf den PD weiter. Okay? Ist das sowas wie RIP? Das ist sowas wie RIP, ja. Also, ist das die richtige Nummer? Warte, ich guck mal, warte mal. Puh. Ja, ich bin was dumm, da müssen Sie uns entschuldigen, ne? Ja? Ja. So, ja. LD. ARTI. 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 555. Entschuldigung. ARTI. Mit R, ja, ich haba A geguckt. Mit R, T, ne? 555. Ja. 722587. 2 weiter. 722587. Entschuldigung. Ist gut. Und Sie wissen immer noch nicht wie der Herr genau heißt, den Sie gerade im Krankenhaus gebracht haben? ARTI, aber mehr weiß ich nicht. man hat mal zusammen gekifft oder sowas oder was getrunken aber du kennst doch nicht wie wie sie ihre freundin die frau ja ich würde man beide nummern checken lassen weil ich ganz genau weiß wen sie ins krankenhaus gebracht haben wenn der damen dabei nicht fällt haben aus pd ja was weiß was ist nie los kann ich es gehen warum nicht warten ist der kollege wieder da ist warum werde ich jetzt so behandelt weil ich einen menschen geholfen habe da müssen sie die kollegen fragen du hast nichts zu sagen habe ich mit ihnen gesprochen oder er und minuten ob ich das schaffe weiß ich nicht könnte probieren wenn du willst mir ist das egal mir ist mir egal was ist ihnen egal ja mit fünf minuten das ist mir egal das ist mir egal kann ich jetzt gehen nein darf ich telefonieren jetzt musst du überlegen darf ich telefonieren immer noch nein also werden meine freiheitsrechte eingeschränkt ja auch welchem und nach welchem grund ermittlung was für ermittlung ermittlung also ein zeuge wird in seiner freiheit eingeschränkt ermittlung ermittlung kommt er noch mal wieder ja hast du man ja das arme schwein nein wir sind sicher dass die richtige nummer ist für die person die sie ins krankenhaus gebracht haben ja ich kann sie noch mal vorlesen machte fünf 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 sieben zwei zwei fünf acht sieben ich habe da noch ein paar fragen und ein kollege hat gleich noch ein paar fragen sie haben die person die wurden von der person angerufen ja oder haben sie sie die person angerufen sie sie hat die person angerufen also du hast die person angerufen ja ich ja ok ok habe ich angerufen ok warum geht jetzt schon wieder dir und der person hergestellt wurden ist die du heute vor ungefähr einer halbe stunde ins krankenhaus gebracht hast du die person angerufen hat die person dich angerufen habt ihr über die bongo trommel kommuniziert oder wie sieht das aus ich bin doch nicht doof über telefon ich habe angerufen wo ist sie angerufen ja was hat er dir am telefon gesagt ja dass er dass er geletzt ist ein bisschen mal dass er gehauen worden ist entführt ok wo sollten sie hinkommen jetzt haben sie eben gesagt ja wo sollten sie hin laut der person ja zu diesem waffen shop da ok im norden wo waren sie wo waren sie zu dem zeitpunkt des anrufes muss ich sagen oder doch das war relevant wirklich jetzt nein sage ich nicht muss das wirklich sagen ja ich weiß wo du warst ja ich auch kann die frau kann man kurz weg gehen nein muss ich wirklich sagen ja ich war mit toto auf der öffentlichen toilette noch mehr details jetzt sicher dass du mich an der tankstelle warst da war ich danach weil du du ist immer so fertig erschöpft danach da braucht der frucht über was haben sie sich dann an der tankstelle unterhalten über die größe ja außer dieses thema nur spritpreise und sowas ist da nicht die aussage gefallen dass sie zum krankenhaus müssen das weiß ich nicht mehr keine alkane sagt ob der dodo das gesagt hat sie das weiß ich nicht das weiß ich nicht mehr warum bleiben sie mal kurz über dem kollegen koko kommen ja jetzt ist ja ja weißt du was der dodo für großen hat der wird nicht umsonst der spalter genannt ja da wirst du nervös wie wie heißt du denn ich ich bin agent skull skull genau also warst du auch mit deinen namen da aufwissel da gepostet äh nee nee oh du bist ein junior agent ne teddy oh wenn du deine nummer vergisst ich kann dir die mal geben wenn du die vergessen hast ne ach so kein problem ja bitte wer ist daran schlimm wird denn das im internet steht ist ja nicht umsonst dass wir tragen äh masken tragen ja aber jetzt könnt ihr die doch ausziehen das kennt doch jeder jetzt weiß doch jeder wer ihr seid ja ich habe eine frage frag ruhig 30 dollar ja kein problem wenn du mir die wahrheit sagt zahle ich 50 ach so nur reden aber ich habe die spielchen okay du bist ja zu den ammunition hingefahren ja wer war da alles dabei wobei bei der arti der lager ist gerade einen anderen namen sagen die arti gesagt du kriegst 50 dollar wenn ich mir die wahrheit sagt welchen namen wolltest du zuerst nennen dodo er wolltest du auch nicht mit r an mit was so wie richhard ja ja richhard war dabei welchen namen wollten sagen ja richhard war ich mich nicht würde ich nie tun wirklich nicht vor gerade richhard ausgesprochen wurde ist nachdem er schon wieder ein anderer laut gefahren wer ist laut gefahren hatte was ist los wie 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 lang bist du schon dabei frau warum trägst du keine maske wenn ich fragen darf du wolltest einen anderen namen sagen egal mit welchen personen warst du am am nächsten oder welche person du getroffen wer ist denn dodo dodo ist ein vogel okay war dort hat sich voll verändert sagen alle das sind lange ausgestorben dodo ist doch eigentlich ausgestorben der war eben noch bei mir und ich hab deinen kollegen ja wenn ich den ran holen und ich mit ins pd bringe ne will ich nicht ja dann solltest du jetzt langsam ja der dodo war dabei wer noch der dodo der dodo da vorne fragt ihn doch selber ich will das von dir wissen der dodo der war dabei ja wer war noch dabei weiß ich nicht kenne ich nicht wie viele personen waren wir waren insgesamt zu 14 14 leute ja an der ammunition ja wo der arti verletzt war ja wir hatten gerade fußballspiel das war im vollen gange und da kam ich auf die idee ich hatte elfmeter grad versiebelt ich denke hoch mal den arti an hast du bock drauf und dann hat er gesagt ist verletzt und so weiter hat sie mit der ganzen fußballmannschaft dahin haben ja jetzt du dass der dich vernimmt dass der menschen was er nimmt der aussage von die aufnimmt ja okay jetzt also den habe ich den würde ich gleich holen und glaub mir da wird das nicht so spaßig ja ich sag mir auch jetzt irgendeine scheiße zu erzählen du hast beim fußballspiel ja mit 14 mann hast elfmeter versiebt und das dann neben den arti anrufen wollen ja weil du elfmeter versemmelt hast ja weil ich traurig bin aktiv der 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 tröstet mich immer damit und dann sind wir mit bosch mit allem an die namen baller was baller shop ja ich dachte der arti ist jemand den er den einfach nur so kennt ja vom fußball beim fußball aber er tröstet sich dann habt ihr ja doch ein bisschen engeres seitens oder nicht ja was heißt eng ja gut er ist eng gebaut aber jetzt zu eng möchte ich sagen das weiß ich kann ich nicht sagen kann ich gehen nein wer ruft ihr an ja das sind wir gleich draußen ach du lebst auch noch ja hi hi scully katastrophenkicks dankeschön für neun monate vielen vielen dank für den resub und snapshot dankeschön für den host ja geh ruhig hast du mit der was zum glück war ist das eine gebürtige russin er zieht sich so an sie zu haus was ok ok was wer ja siehst du dann ich habe nichts gemacht ja würde ich mal bei dem melden was ist denn das für internet warum steht da deine telefonnummer und dein name und meins denke ich mal wie heißt du denn ja bruder heiße ich bin ich dein kleid dann bin ich dein enkelchen ok möchte mein patenonkel sein ja problem ist ja aber ich kann auch 15 von dir kommt sei nicht so ich habe mit dir geredet habt du dankeschön schönen abend noch leckt mich am arsch auf die weil die sind total die wollten wissen warum ich den reiner angerufen habe wo ich zu diesem zeitpunkt gewesen bin und so eine scheiße wer mit mir dahin gefahren wäre und und wer da alles vor ort war und so eine scheiße alles ich sage es mal beim fußballspielen mit 14 mann und dann sind wir mit vollem bus dann mit alle mannen zur ballerbusch gefahren haben reiner gerettet und da wollten sie telefonieren dass mich ein jury verhört weil die dachten ich verarscht die und so ja bitte aber guck mal da jetzt überhaupt rein was in den reiner ein ein wir waren ja auch schon da ok wie geht's ihm denn ja du sollst geht immer besuchen die machen wohl ein bisschen stress der weil es so viele schon sind da muss ich einfach durchsetzen weißt du willst unbedingt zum reiner lass uns nichts erzählen ok kannst du mal was zu essen wie meinst du hast du eine gute idee ja klar der freut sich ich hab mal was zu essen warte aber der ist bei bewusstsein ja hör mal auf zu essen ja ist ja bei bewusstsein dankeschön ja klar der ist ansprechbar ok ja ich guck mal ja was hast du dir erzählt fußballmannschaft mal beim fußballspiel auf dem fußballplatz hab ich einen Versuch erschossen und dann musste mich der A.T. habe ich ihn genannt. Die wollten den Namen von ihm wissen. Hast du ihn am Ende gesagt? Nö, ich habe A.T. gesagt. Telefonnummer von Ayadelle, den kenne ich noch, habe ich gegeben. Der lebt aber nicht mehr in das Randhaus. Warte mal, Telefon. Ich rufe in 5 Minuten mal an. Ja, gleich. Ciao. So, weiter. Ja, Telefonnummer von Ayadelle gegeben und dann habe ich ihm das gesagt. Dann sind wir mit 15 Mann mit dem Fußballbus dann da zum Ammonation gefahren, haben Reiner geholt und ab ins Krankenhaus. Das wollte mir aber irgendwie nicht glauben. Da wollte er mit dem Juri drohen, 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 dass der mich verhört und dann hat er noch mal telefoniert und dann hat er gesagt, hau ab. Ja. Die drohen hier mit Juri? Ja. Die wollten mich nicht nehmen, weil ich, wenn ich sie verreite, weiterhin verarsche. Hä, wieso? Also ich finde, die Geschichte war komplett plausibel, also. Ja, denke ich auch. Warte mal auf, warte mal, warte mal. Eben an der Tankstelle, ne? Ja. Warte, ich muss das mal umdrehen. Eben an der Tankstelle. Da war doch nur, wo wir uns unterhalten haben, da war doch nur der Juri da, der Glatzkopf. Mhm. Und der, so ein anderer Typ. Mhm. Sonst war doch da keiner, oder? Ja, nur die beiden, aber ich weiß nicht, ob im Auto noch jemand saß. Weil der frug mich nämlich hier, von wegen, da waren sie doch an der Tankstelle. Ich sag, ja, da haben wir getankt und so, ne? Und drüber haben sie sich unterhalten. Ich sag, über die Benzinpreise und über die Nutten und sowas alles. Ja, haben sie nicht gesagt, dass sie ins Krankenhaus fahren? Ich sag, kann ich mich nicht noch an erinnern. Hä? Ja, keine Ahnung. Also, von den Herren, die hier gerade standen, war... Keiner, ne? Ich muss sehen, aber... Ne? Was ist denn? Es waren nur zwei. Es war ein Juri und dieser mit dem Zopf, oder nicht? Mhm. Hm. Ja. Ja, vielleicht haben die ja so Mikrofone in den Autos. Ja, das kann sein. Da kommt Herbert. Oder vielleicht hat er den Funk ja, den Funkknopf weitergedrückt, sodass er seine Ausland durchklappt hat. Oder ein Telefon abgehört, oder sonst irgendwas. Ja, warst du telefoniert? Nee. Aber die könnte auch, wenn du über Handy hören, ne? Ey, scheiße, ist das dein Sohn? Was ja? Warum? Ja, der sieht ja ziemlich ähnlich. Ja, das ist mein Sohn. Ja, ich würde ja die ihm gern zum Friseur, aber der Typ hatte nie Zeit für mich. Ja. Ja, okay, nicht. Geh nicht zu dem da oben beim Kleidung. Ja, aber lass doch mal machen, du bist. Ach du, Herbert. Hey, aber warte mal, wenn ich dein Sohn bin, sag mal, wo ist es dann, ähm... Ja, komm mal kurz her. Wo ist mein Kindergeld? Puh. Du bist schon so alt, du brauchst kein Kindergeld mehr. Ey, warum hat denn Herbert geschlagen? Was ist denn los mit ihm? Ey, wieso so alt? Hä? So alt bin ich noch gar nicht. Keiner. Hä? Hä? Ja, komm mal, komm, 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 komm. Hör mal, ist mal gut, was ist denn hier los? Herbert, hör auf! Hey, was für Feiglinge seid ihr, dass ihr alle auf einen losgeht. Hey, was denn los, Mann? Hä, bist du doof, oder wat? In der Grundschule abgegangen, in der dritten Klasse, oder wat? Hey, beruhig dich. Ja, was labert deine Freunde für ne Scheiße? Wir wollten nur dazwischen gehen. Hä, vier Leute für einschieb, was für Feiglinge seid ihr. Er hat so verkehrtes geraucht, oder wat? Wir wollten hier auseinanderhalten. Er haltet den auf, der hat auf ihn eingeschlagen. Oh, ich komme mir grad vor, wie wir Los Santos Tag und Nacht, wenn ich sowas höre, so ne Stimme. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh Gott. Pass auf, jetzt kommt gleich die Polizei, da sagt ihr auch noch, die haben mit vier Mann drauf eingeschlagen. Was ist denn heute los, ey? Keine Ahnung, was hier los ist. Los. Keine Ahnung, der lag auf einmal da. Hier, die sind auf jeden los. Ist für ein Messer losgegangen und die drei hier auch direkt, hier gegen eins. Was? Bist du behindert? Bist du behindert? Hast du Insektenspray noch, oder wat? Moment, Moment. Sag mal, auf geht der Kille, oder wat? Kein Stress hier, das klären wir jetzt erstmal nur. Alle, bitte auf Seite gehen, auch die Security bitte. Alle, bitte auf Seite gehen, auch die Security bitte. Alle, bitte auf die Security bitte. Ja, kommen Sie mal ein paar Meter zur Seite mit. Ja. Ja, mal klär mal mit deiner Freundin, die soll die Scheiße nicht erzählen, was die da labert. Wir haben gar nicht gemacht, wir wollten die auseinander holen. Ey, seid ihr nicht mehr da drauf gegangen? Nein. Nee, wir wollten die da auseinander tun. Ja. So, wirst du? Bist du? Ich schwöre schon hundertprozentig auf alles. Zeig mir deine Finger. Ja, ich schwöre, hier. Wirklich nicht. Wirst du gar nicht. Wirst du klären mal mit dir? Die hat doch Insektenspray noch oder sowas. Ja, also, Sie wollten nach Ihrer Aussage die beiden auseinanderhalten. Ja, wir, richtig, wir drei, ja. Also, den Herrn Shepard und den einen Rocker. Ja, der Mann, der Rockmann, der kam zu uns, weil der Herbert bei uns stand und sagte, Herbert, komm mal mit. Das hat Herbert nicht reagiert. Da kam der Mann nochmal, Herbert, komm mit, mit so einer ganz rauen Stimme. Dann ist Herbert mitgegangen. Dann sind die ungefähr da, wo der Mann jetzt liegt, da hingegangen. Und dann, glaube ich, hat der Rocker eine gegeben mit der Faust. Und dann Herbert hat sich irgendwie geduckt oder sowas. Dann hat er zurückgehauen und einmal getreten und dann lag der Rockermann da. Okay. Und wir sind dahin und wollten, wir haben gesagt, hier hört auf, was ist hier los? Okay. Keine Ahnung. Und die alte Sachwerten, wir hatten da also drauf eingeschlagen. Die tickt doch nicht mehr sauber. Dass die das auf Pilze andauern, ich kenne die. Aha. Ja, ich kenne die Dame nicht, aber... Ja. Ja, grundsätzlich müssen wir jetzt eben auf die Polizei warten, damit die das aufklären kann. Ja, können wir ja auch gerne machen. Genau, ich schätze mal schon, dass die Person eine Anzeige machen wird. Ich weiß nicht gegen wen. Wenn das stimmt, was ihr sagt, dann betrifft euch das ja nicht. Dann könnt ihr ja als Zeugen auch sagen. Aber auch von dessen würde ich euch noch eben bitten, hier zu warten. Ja, klar. Bis die Polizei dann auch taucht. Gar kein Ding. Dankeschön. Ja, ich rufe sofort die Leitsche wieder an. Ja, auch die Polizei ist halt leider auch nicht mehr verlass, aber gut. Da hinten, der Herbert ist doch schon festgenommen. Guck mal da hinten. Da ist doch das FF sowieso I, wie die heißen da. Ja, Gang Units, glaube ich. Aber naja, Sinn. Gut. Jo, Dankeschön. Und noch einen schönen Abend. Ja, trotzdem brauchen wir tatsächlich jemanden, der eure Auslangen noch mit aufnimmt. Ja, aber da haben sie ja nichts mit zu tun. Ne, das ist richtig. Dankeschön. Gerne. Jo. Aber ich bin nicht so eine Plaudertasche, das ist ihr Job, das rauszukriegen. Sie haben den Tipp von mir gekriegt, den Rest müssen sie selber erledigen. Ja, egal, darum geht es ja jetzt auch erstmal nicht. Können die drei Herrschaften nochmal kurz zur Seite vielleicht gehen? Jo. Aber alles gut bei Herbert? Ja, alles gut. Okay. Aber das ist eine blöde, blöde Kuh, wa? Ja, ja. Wow. Wir werden da mit Messern auf den losgegangen. Also... 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 Ich weiß es nicht, was heute hier los ist, ey. Man sieht Herbert immer in Schlägereien, die es wirklich... Ja, aber das war auch, also... Ja, also ich hab also, hab je zugeschlagen, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö. Also ich hab erst dran gedacht, aber... Nö, erst mal reden. Erst mal reden. Aber wenn die so eine Scheiße zeigen, können wir den Spieß ja rumdrehen, können ja sagen, dass er ein Messer in seiner Hand hatte. Äh... Aber Polizei, glaube ich, kommt eh nicht. Keine Ahnung. War die nicht, glaube ich, schon da? Da kommt sie. Da kommt sie, ja. Scheiße. Ja, wenn das mal die Kanonen wegbringt. Äh, scheiße, ja. Wo ist das Auto? Komm. Ja. Wie ist das? Edel und grüßig, ne? Kowalx, wie geht's dir? Lehton on! Reicht ja, wenn ich Pistole reinlege, ne? Äh, ja. So. Warte. Okay. Okay. Ich glaube auch nicht, dass die Polizei kommt. Na, glaube ich auch bevor sie es da, aber ich habe keine Lust da... Eben. Lass dich mal lieber da drin. Heute noch im Knast, oder das wäre für den Tag heute echt zu viel, ey? Und vor allen Dingen für nichts, ne? Sag mal, ne Axt geht hier auch als Schlagwaffe? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Das ist mein Tomahawk. Nein, das war nicht, äh. Ach, du hast auch eine? Ja, sehr schön. Scheiße. Ja, guck mal raum. Ah, guck, Herbert kann auch schon wieder gehen. Ja, komm, geh auch mal. Können wir ja auch, ja. Wo fahren wir oder was? Weiß ich nicht. Äh, ist Rainer dann schon raus, oder wollen wir auf Rainer warten? Ja, keine Ahnung. Ich habe die Nummer von Rainer leider nicht, aber... Von Nana? Ja, na, na, warte mal. Hallo, Dr. Smoker? Na, na. Ja? Ist Rainer schon wieder raus? Darin sagt nur das, was er hat, also hat er gesagt, und dass er danach mit der FAB mitgenommen wird. Also ist noch ein Krankenhaus, ne? Ja, ist noch drin. Okay, danke dir. Tschö. Ah, da. Also, den werden wir nicht sehen, der, der wird nach Behandlung jetzt gleich direkt vom FAB mitgenommen. Ah, okay. Ja. Was wollte der von dir? Kreativ, Dankeschön für fünf Monate. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Herr, Herr Arbert, was war das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Ja, wie, was war das für eine Scheiße? Was, warum hat er nicht gehauen? Warum hat er nicht geklatscht? Kann ich jetzt hier nicht so erzählen. Warum? Wir sind zu viele Augen. Hä? Kann mich auch wegdrehen, dann sind es nur noch Sachs. Ja, ich bin schon. Warte mal. War die Scheiße wegen der Sache gestern. Na, na. Äh, Herr Smoker, er kommt jetzt raus mit der ABB. Ja, okay, wir gucken. Wo ist er? Der kommt jetzt raus mit der ABB. Sollen wir den mitnehmen, oder was? Nee, den, den nehmen wir mit. Da ist er doch da. Da ist, man, der, der wollte mich angreifen wegen dieser Darlene oder, oder Marianne oder welche da seine Freundin ist. Eine von den beiden Bitches da. Weiße. Wieso, was hast du wieder gemacht? Ja, wegen gestern, hab ich dir doch schon erzählt. Die, 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 die eine, oh, oh, Frau. Ja, die werden, die werden zum Problem. Hä? Hä? Ja, die Rucker. Scheiße, Mann, wir haben uns mit den Ruckern angelegt, da oben im Norden. Ja, warum, weshalb? Weil sie doof sind. Scheiße, Herbert, ne? Nee. Ja. Ist das, ist, 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 ist das ein richtiges Problem? Ich kenn von denen keinen. Ja. Raketen, die kennst du. Den Stuntman? Ja. Ja, dem hat's, der war noch schon ganz tief in der Drinnen und du in dem, also ihr kennt euch doch. Ja, scheiße, der hat sich verändert. Ja, trotzdem kennt er dich in- und auswendig. Ich ruf den doch einfach an. Und klär das. Ja, nee. Ich wollte das klären, Herbert. Warte mal, hat die, die plaudert? Wer? Ja, die sind Marianne, diese Darlene, diese Fotze. Scheiße, jetzt guck die, guck mal, wie die mich beobachtet da. Ja, die mag dich nisch. Die mag dich nisch. Der erzählt dir die ganze, in der ganzen Stadt irgendwelche Lüren oder so. Wir müssen dafür so, scheiße, Mann, Spooker, wir müssen privat reden, nicht? Ja, hör mir auf, Herbert, du willst immer alles, wir müssen den loswerden, wir müssen die loswerden. Jetzt müssen wir schon zwei Leute loswerden. Ja, das sind halt viele, viele... Ja, und nachher leben wir in Los Santos ganz alleine. Massenmörder Herbert. Weißt du, was ich meine? Ja, die Wieseskurs, also muss ja den Los Santos passieren. Ich tue mal nicht, jetzt tue mal nicht so, als wäre du das nicht toll finden würdest. Was Leute umbringen? Ich hab mir mit mir alleine zu leben. Herbert. Gut, das meint ihr mit unter 24 Augen. Ähm, ähm, da ist... Da hinten guckt wo keiner. Nö, nö. Nö, nö, lass mal stecken. Scheiße, mir wird das hier langsam alles so viel verdammte Scheiße, Spooker. Ja, aber was willst du denn machen? Ich kann jetzt hier mit dir darüber nicht reden. Ja, müssen wir gleich, müssen wir gleich reden. Scheiße, was ist das jetzt hier, Link? Ich weiß ja nicht mehr, wer hier dein Freund ist, hier, zu deiner Linken. Das ist der Sohn von ihm. Das ist mein Sohn. Ja, genau das. Der Sohn. Mein Papa, und ich bin eigentlich nur hier, weil ich von ihm noch das Geld kriege. Geld kriegt er noch von mir, der Junge. Geld. Ja, aber ich muss sagen, dein neues Outfit gefällt mir echt gut. Ja, das ist wegen Puff gewesen. Ja. Ja. Du kannst doch nicht, aber bist du bedrof. Du kannst doch nicht alle Leute jetzt umbringen. Scheiße, Mann, die, die, die ist ein Problem. Weißt du, der schlechte mich nicht. Der Rocker ist jetzt ein Problem für dich. Die ist ein Problem, das ist vielleicht schon zwei Tote. Die haben uns gestern zusammengeschlagen und Shiva wurde angeschossen oder so. Keine Ahnung. In was? Warum geradet ihr? Ja, weil, 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 weil Shiva die... Ja. Weht weiter, weil Shiva die... Ich hab dir das schon erzählt, verdammte Scheiße. Wenn du mir mal richtig zuhören würdest, dann wüsstest du, was für ein Problem wir da haben. Ja, ich bin immer auf deine Brüste fixiert, wenn wir reden. Weißt du, willst du sie sehen? Ja. Ja. Aber du musst ihn noch nicht direkt abstischen. Ich bin... Ja. 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 Deswegen, das ist jetzt nicht nur mein Problem, das ist jetzt auch euer Problem. Eher weniger. Ich mein auch so. Scheiße, da kommen die Rocker wieder an, die Wiesel-Wichser. Ja, ich kenn keinen von denen. Ja, was. Ich kann da nicht irgendwie telefonieren oder sonst was. Ja. Was hast du denn jetzt, der, 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 den Polizeileuten da gesagt mit den Masken? Ja, nix. Ich hab gesagt, ich hab mich selbst verteidigt. Ich hab den halt zusammengeschlagen. Ja, du hast ja zum Schluss gesagt, hier, danke für den Tipp. Oder hier, ich hab ihr den Tipp gegeben. Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die mal ein bisschen auf die Rocker gehetzt da oben, dass sie da mal ein bisschen tram tram machen. Ich hab mich mal ein bisschen angucken, was die da so machen. So legal sind die da nicht. Ich bin doch nicht blöd. Wer so eine Scheiße abzieht, der hat bestimmt auch einen Stecken. Ja, glaubst du, dass es die Aktion jetzt besser macht? Ja, was soll ich machen, mich zusammenschlagen, das ist schon wieder scheiße, ich lass mir das nicht mehr gefallen, verdammte Scheiße. Die haben mich gestern schon verprügelt, diesen Wichser. Na ja, das meine ich, aber ich meine, ich hab mir halt einen Tipp gegeben. Biuhu. Biuhu oder was? Na, ich meine, wenn die, das ist also, wenn das jetzt auf die wieder zurückfällt, dann wird es so weitergehen, oder nicht? Das geht sowieso so weiter, immer wieder. Deswegen hab ich ja gesagt, wir müssen die alle umbringen. Du kannst jetzt ja alle umbringen. Ich sag mal, sag mal, zurückfahren. Da muss man vielleicht, da muss man, da muss man ein Gespräch haben. Was finden wohl, wa? Wie, Gespräch? Also mit dir kannst du nicht reden. Die sind, mit dir kannst du nicht reden. Hast du eine Nummer von denen irgendwas? Da kommt einfach mich zu und schlecht mich, schlägt mich einfach, der miese Wix. Hast du eine Telefonnummer von denen? Oder kennst du? Du kennst doch deinen Ex, Stescher, den, 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 den Raketenmann. Ja. Ja, red mit dem, Herr Herbert. Red mit dem. Vielleicht kann der das regeln. Dann sagst du, kannst du nochmal über mich drüber oder irgendwie sowas und dafür sollte er das regeln. Wenn er das nicht regeln, der ist dumm. Darum warst du auch mit dem zusammen. Versuch es mal. Wir müssen die Tage auf jeden Fall einiges klären, das steht fest. Ja. Ja, nicht ja. Mal verdammte Scheiße, die sind alle so nutzlos. Du bist immer so gewalttätig. Ja. Du bist immer so direkt auf Krawall gebürstet. Gefällt dir das? Oh, weißt du, wer mich anruft, Dodo? Nee. Harry. Nee. Wie direkt auf Krawall gebürstet. Schmurker. Ja, hier ist der Harry. Der soll zur Lik-Lizenzamt kommen. Hast du mich angerufen? Ja, pass mal auf. Der, kannst du zum Lizenzamt kommen in der Stadt? Fragt der Dodo mit dem Auto? Im Grün, mit dem Washington? Ja. Ja, kann ich, ja. Ja. Wollt er nämlich, der steht gerade hier, der soll zum Lizenzamt kommen, bitte. Dann komme ich jetzt runtergefahren. Okay, bis gleich, Jim. Ja. Dodo? Ja? Der fragt, welches Auto? Ich sag, das war Stinken, war das, ne? Der ist verkauft. Was Stinken, ja. Was? Der ist verkauft. Wie, der ist verkauft? Das wäre sein Auto. Nein, war Spaß, der kommt jetzt. Okay. Der kommt jetzt zum Lizenzamt. Ja, super. Oh, wenn, oder was? Ja, müssen wir mal. Müssen wir schon hin. Ja, glaube ich, habe mich aufs Ohr. Pass mal auf, gib mir mal die Nummer von deinem Ex-Strager. Der, der ist ja geil auf mich. Echt? Ja. 92 00. 67. Bei dir denn los? Was? Du Streber. Ich versuch das zu klären, ja? Okay? Ja, mach doch. Dann schlaf gut, Herbert. Ja. Dankeschön. Bis später. Bis später. Ihr auch. Ich versuch das, wie viel losfahrens auf Tag und Nacht, ey. Der hängt aber auch immer in der Scheiße drin. Ja, auf jeden Fall. Dr. Schmurker. Ihr seid noch im Krankenhaus beschäftigt, ne? Ne, gerade losgefahren. Bist du mit Toto? Ja, und mit Salatmann. Wer ist Salatmann? Wer ist Salatmann? Was? Lemmy? Levin. Levin. Ja, okay, dann kommt mal her. Perfekt. Zum Cage? Ja, schnell jetzt. Tschüss. Okay, tschau. Zum Cage. Schnell. Tschüss. Dann rufen Harry an, dass wir uns morgen machen. Rufen uns selber an. Okay. Harry, hör mal. Ich behalte den Wagen noch einen Tag, ja? Ich muss was Wichtiges erledigen. Ne, ne, brauchst du nicht runterkommen. Machen wir morgen oder so. Oder übermorgen. Wie viel Kohle hast du? Ja, warum wenig? Ja, dass ich dir in Washington verkaufen kann. Ja, ja, deswegen ja. Morgen. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Levin, Bruder, du siehst so gut aus. Ja, aber Frank, du siehst so gut aus. Ich darf mich ja nicht erklären, dass er jetzt das singt. Fickt euch einfach. Ja, kannst dich umziehen, Levin. Also, kannst du deine komische Jacke holen. Wir fangen jetzt an. Oder bist du jetzt wirklich raus? Ne, warte, aber jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Wer ist jetzt... Ich muss jetzt wissen, wer von denen hier steht. Also, Nana und Dings sind raus, Candy. Richtig, richtig, richtig. Also... Sam fährt bei mir mit. Das sind zwei. Dann kann ich noch Kohle und Levin mitnehmen. Ne, ne, bin ich dabei. Ich bin Tetris. Dann Kohle ist raus, stimmt. AJ, machst du mit AJ? Äh, wenn ihr Platz habt. Ähm, ganz kurz. Die ist... Äh, Sache geil. Was denn? Ne, alles gut. Sprich doch! Nein, wirklich, es ist alles gut. Bitte schrei mich nicht an. Danke. Ja, für mich ist es ohne Sinn. Die können dir, die nicht mitmachen, bitte weggehen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was er will. Ich glaube, du sollst, glaube ich, da bleiben. Oder, keine Ahnung, also... Komm mit drüber! Achso, Entschuldigung. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist doch der Weg. Nehmen wir AJ mit, um die anderen haben zu beweisen. Ja, was ist jetzt in Levin, Levin, geht sich auch gerade in. Ne, das ist... Wir sind nicht acht, stimmt. Toto, hast du ein Boot oder so? Zugriff auf ein Boot? Ne, habe ich nicht. Oh, gar so ein Boot. Ey, ich habe ein Schlauch, Bruder, aber da ist ein Loch drin. Ah. Levin, was ist denn mit Levin? Levin kann doch mit Dings aufs Boot. Das ist doch... Levin, machst du nicht, ne? Levin hat schlicht jetzt das Boot, stimmt. Machst du mit, Levin? Levin freut sich jetzt bestimmt. Ja, heute wollte ich ja mal ein Chillingen machen, also... Kannst du auf ein Boot machen. Achso, ja, dann passt es doch. Komm mal mit... Stehen jetzt alle hier, ja, ne? Ja, Levin, kannst du auf ein Boot machen, dein Chillingen? Ja, steh doch hier. Achso, Bruder, okay. Levin, dann mach doch dein Chillingen auf dem Boot. Genau. Nein. Ja, einer, also wenn du aufs Boot willst, wäre, wenn du chillen willst, auf dem Boot, Baba. Ja, kann ich dann machen, ja. Aber wir brauchen das Boot halt eigentlich überhaupt nicht. Ja, aber... Ja, gut, kommt drauf an, ne? Wenn Vic selber halt nicht... Ja, wow, wegen einem Teil oder zwei. Wegen einer Person sollen wir jetzt ein Boot da hin, ne? Das ist eigentlich Quatsch. Wenn er keine Lust hat, dann chill lieber, Bruder, chill lieber. Ist halt egal, so, keine Ahnung. Mach's unter euch aus. Willst du nicht, dann sag. Wie viel seid ihr denn jetzt? Neun mit dir, acht ohne dich. Ich mach's uns auf Platz für dich. Ja, komm, dann mach ich mit. Dann fliege ich aber gleich nochmal eben komplett, um mal so... Willst du Boot machen oder fahren? Ich kann auch mitfahren, oder? Ich weiß nicht, brauchen wir das Boot denn unbedingt? Das Ding ist, wenn wir ein drittes Auto hinzuziehen, dann brauchen wir ein Boot. Wenn wir ein Motorrad hinzuziehen, brauchen wir kein Boot. Und wenn wir mit dem Rumpo an denselben Stelle fahren, wo auch der Mesa und der Camacho stehen. Das heißt, wenn Toto mit seinem Rumpo fahren würde, rein theoretisch gesehen, könnten wir A mehr laden und B hätten wir... Wir brauchen nicht mehr laden. Das ist doch jetzt schon immer mit zwei Autos, dass wir die voll kriegen. Deswegen, also die zwei Autos reichen voll aus. Mir ist das egal. Was haltet ihr denn da fahren, wenn... Ja, wenn einer mit dem Motorrad fahren würde, wäre das auch ein Teil mehr. Das bleibt meistens übrig. Ja, dann fahr ich mit dem Motorrad. Ja, okay, dann passt das doch. Ich ziehe mich eben um und dann bin ich gleich wieder da. Genau, ich muss mich auch umziehen, ich komme mit dir. Wenn wir gleich hier sind, fahren wir gleich... Was machen wir denn? Wie, was geht ich das an? Ich soll doch hier bleiben. Ja, du bleibst aber jetzt auch hier. Ich gehe mich kurz umziehen, ich brauche andere Klamotten. Du auch, Hättchen? Äh, wir machen jetzt Inventur. Inventur? Hast du was dabei für dein Gesicht? Was, nee? Wie, nee? Ja, dann fahren wir schnell was holen, komm. Also einmal Smoker einkleiden. Warte mal, ich guck mal meine Tasche, warte mal. Ja, guck mal. Warte. So geht nicht da, oder? Nee, 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 nee. Kannst du nicht so gehen? Nein. Warum? Hä? Dann katschen die dich direkt. Komm, fahr du. Komm. Wo willst du denn hin? Ja, ein Geschäft. Hast du genug Geld bei? Was Gott das denn? Ich habe 350 Dollar. Ja, das reicht. Das ist erst Masken. Nee, erst Dingens. Oh, umziehen. Nicht gut. So, doch. Komm nur ein bisschen, ne? Pfff. 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 Hauptsache schwarz. Schwarz? Jo, sieht am besten bei dir aus. Jo, das geht doch. Jo. Nein, du hast schon einen Verbrecher, Pulli. Jo. 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 Nee, andere Hose. Wieso? So, nee, zurück. Die grüne. Und guck mal, äh, Fach 2. Jo. Jo. Ja, wenn aber Schnee kommt. Ganz spontan. Ja. Jo. Jo. Was noch? Ja, paar Schuhe, würde ich sagen. Schuhe. Jo. Jo. Äh, jo. Jo? Nee. Jo. 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 Oder so. Nein. Ja, welche denn? Jo. Die, kannst du, ja. Die. Jo. Jo. Hoffentlich. Oh ja. Kopf mit Deckung. Was? Ja, machen wir jetzt. Komm mit. Komm drauf. Ja. Fangen wir schon zu masken. Wie sind die? Mission, Division 2, Division 2. Wer spielt denn von euch eigentlich? Klubinator. Ja, ja. Wer hat das eigentlich nochmal damals gesungen? Wann werde ich jetzt schlafen gehen? Schau mal, wenn ich den, schau mal noch auf mein Buch. Äh, Spinks Schlafgut. Das war ja so eine, so eine, so eine Stofffigur, die wirklich am Schlauchboot saß, ne? Irgendwie. Ich nicht. Mega game. Echt? Ich hab das, ich hab das, ich hab das Spiel zwar. Aber noch nicht gespielt, ne? Sammy wusste ich. Ja. Ich weiß nicht, ich hab das Spiel. Ja, stimmt allerdings. Darüber geb ich dir recht. Der ist nicht für dich, Gerrit, dass du schnell schießt und so, ne? Ganz schnell. Obwohl Apex hab ich gern gespielt, hab halt auch schon lange nicht mehr gespielt. Musst du mich beraten, ne? Ja, 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 ja. Kopfbedeckung oder Maske? Maske. So. So ist doch schön. Ich wollte immer schon mal Schneemann sein, Dodo. Nein, mach was Schwarzes. So. My Lady, kommen Sie zu mir in die Burg. So. Ne. Weiter. So. Hallo. Oh, der fragt mich an. Ja, mach weiter. Ja, jetzt immerhin. Was hab ich jetzt gemacht? Oh, so. Nee. So. Das sieht geil aus. Das sieht aus wie ein Perverser. Ja, dann mach du Perverser. Okay. Hast du? Ja. Ja. Ja, komm. Ja. Komm, Mr. Soko. Ja. Wo fahr' ich hin? Zum Cage. Also. Ja, Frank? Ja, wir haben Mr. Soko eingekleidet und Maske geholt und so. Wer ist Mr. Soko? Ja, mach mal. Jo. Wer ist Mr. Soko? Ja, du. Ja, bist du doof? Du brauchst noch einen Spitznamen. Jetzt heiße ich Mr. Soko. Klar. Boah, Tutu. Tutu, du hast dich voll verändert. Fahr' nicht so schnell. Ja, wir müssen uns beeilen. Die wachten, die Jungen. Ja. Ach, der Levin hat noch mal den Knarr im Auto, ne? Dann müssen wir die gleich rausholen. Ja. So. Komm. Moment, ich muss ein Levin angucken, wo er ist. So, ich die Maske jetzt anziehen? Nee, noch nicht. Komm mit. Levin! Ah, hast du schon? Ah, okay. Du, du hast du nicht gesehen, da? Was? Ich hab gar nicht gesehen. Okay. Ich bin peinlich. Hä, wo gehen wir denn hin? Oh, warum ich weiß, wie ich ihn runter... Bist du doof? Äh, Smoker. Das ist ein Pulli. Was? Was? Schicker was? Schicker Pulli. Dankeschön. Äh, Smoker, was hattest du in mein Auto reingepackt? Äh, ne Pistole und ein Tomahawk. Okay, hier ist das. Danke. Und das. Dankeschön. Bitteschön. Äh... Dodo, du hast ein Billard geh, oder? Nee, 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 hatte ich nicht. Der lag im Auto. Ah, wow. Okay. Ach, wenn du den nicht willst, nehme ich den auch. Du warst ein Smoker. Ja, Dodo sagt, ich wäre El Smoker, El Soco, ne? El Soco, ihr sagt. Ja. Ding sieht aus wie ein Vulkan. Da kommt die Schokolade raus. Ja, Schokoladen, das sind Schokoladen-Vulkan. Hier einsteigen? Ja. Okay. Äh, die sind beim Parkhaus, wo ihr immer schreit. Ich weiß, alles gut. Achso, okay. Komm rein! Ich schmeiß mich schon nicht raus! Achso. Nööööö. Habt ihr euch sortiert? Merkt euch, wo ihr sitzt? Ja. Ach, fuck, bin ich durch. Ja, mach nix. Was geht jetzt ab? Ich weiß. Oh, Gott. Komm, fahr'n wir denn mit dem Camacho? Äh, damit sich Rick auf den Mesa einfahren kann. Ah, okay. Das ist ja richtig kriminell gerade, oder? Komm, man schiebt vor. Lieg's, ne? Ja, mein Auto, oder? Habt ihr auch alle schön eure Taschen leer? Oh, ja. Ja. Super. Ah. Okay. Amunation. Alter, das ist ja wie ein Ameisenhaufen, ne? Direkt zehn Mann rein, die ganzen Schoppen leer machen. Alter. Das sind acht, neun Mann, ne? Oh, diese Rollenspiele gemacht, oder? Let's go. Das geht aber schnell leer hier, du. Ja. Was ist hier raus? Äh. Was ist leer? 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 Leer. Leer. Leer, leer, leer. Ein El Soko. Ah, ah, Abfahrt. Was hat er gesetzt in der Westside? Alter, der ganzen Laden leer gemacht, ne? Ich hab nur Westside verstanden. Den ganzen Laden. Ja. Heftig. Aber mit dem Camacho kommst du eigentlich gut hinterher. Ja, ja. Ja, ja. Nichts. Dann könnt ihr den noch anschieben. Wollte ich mal sagen. Umgekehrt ist ein bisschen schwieriger. Mackie, das nicht löschen. Bannen bitte, bitte. Den Dardash. Weil, so hat, würde ich hier nicht lesen. Und, äh, brauche ich. Auch nicht. Ich hab gerade überlegt. Ja, ich musste auch zweimal lesen. Black Dog, na? Ja, aber so, so fix, wa? Das geht ja richtig schnell. Razzi-fazzi ist der ganze Laden leer. Jaja. Scheiße. Member schlaft gut. Stompivögelchen. Spike, genau. Der Camacho ist voll jetzt, ne? Aber jeder sagt das. Camacho ist voll. Alle sagen, dass der voll ist. Geht los. Ja, mit dem Teich. Ripping. Ja, wow. Und der ist voll. Der ist doch scheiße. Aha. Alles voll? Alles voll? Ja. Ja. Ja, das war's. Und der ist... Und der ist wieder so voll gewesen. Ich weiß nicht mal so. Ja. Welcher? Der Shop. Der Shop gerade. Ja. Wo wir Inventur machen. Bitte mal. Wow, Mamba. Mag, guck mal, wie geht's dir? Wie konzentriert Gerrit ist. Ja, das war neu für mich, wa? Ich find das heftig so schnell. Razzi-fazzi. Und wehe, da kommt gleich wieder ein Boot von den Cops. FH, geh ins Bett, wenn du eine Prüfung vor dir hast, ist das wichtig. Geh schlafen. Bitte. Ja, das eine Mal haben sie ja leider nicht geschossen, ne? Jetzt hätten wir die umschießen können. Ja, wir haben sie gestern geschossen. Okay. Und ich hoffe, ich krieg nicht wieder einen Migräneanfall. Ich kenne eine gute Apotheke, da kannst du hingehen. Nein, ich wach. Ich wach wollen zu einer Apotheke, wie mich wichtig. Er dachte sich gerade, Camacho, den gönne ich mir, oder? Ich bin aber schon groß. Ja, aber trotzdem, Prüfung ist wichtig. Verkack die nicht. Nicht wegen so einem scheiß Stream oder so. Gut. Gut. Bist du Niederländer? Dankeschön für 401 Bits. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Pain, na? Ich bin Groot. Ach, dieses Figürchen, ne? Oder? Ist das nicht dieses Figürchen? Dieser Baum, dieser kleine Baum, hieß der nicht Groot oder so? Der Baum, okay. Ja. Okay. Der Baum ist anwesend, der Baum ist auch da. Ach, ja. Und hast du ihn jetzt gut? Der Motorrad ist leben. Ja, ja. Boah. Da wurde gerade jemand nervös. Oh, nee, nicht so ganz, ne? Hätte kurz die Bremse haben, wäre das schon passiert, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Aha. Wir fahren die mal locker hoch, wa? Alter, guck mal, hat der kein Problem mit der Wage, wa? Okay, El Joko. Okay. Oh, Binford, Vögelchen. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank, Binford. Wie geht's dir? Okay. So, 82 Dollar. noch. Slow-Mo, Vögelchen, das ist ein Resub, ne? Slow-Mo, Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank, dass du weiterhin dabei bist. Dankeschön. Wie geht's dir? Okay. 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 Und der kleine Dovi, Dankeschön für acht Monate, vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Dovi. Das lieb. White Devil grüß dich. Das kommt noch Slow-Mo, das ist total verbuggt, wa? Twitch. Kolonel, haut ein Sub-Geschenk raus. 82 plus 89. Die, 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 die. Was haben wir jetzt? 171, ne? Ja. Ähm, Kolonel, Dankeschön für das Sub-Geschenk und das geht raus an Trichom. Sprech das richtig aus, ja, ne? Dankeschön, vielen, vielen Dank. Und Groot ist im dritten Monat. Vielen Dank, Groot, für drei Monate. Dankeschön. Und Baby Dragon ist im, im elften... Hä? Was? Nee, hier hoch. Hier hoch, ne? Im elften Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Haben wir leer? Ja, ja, leer. Okay. Ja, da ist bei Twitch momentan alles Duschenwind, wa? Alles Duschenwind, keine Ahnung, wa? Ich weiß auch nicht, wann das wieder mal funktioniert. Zeranoi, grüß ich, wie geht's dir? Das muss mal Pipi. Hinten, hinten, links. Magst du den drauf, ne? Wer war das denn eben in dem kurzen T-Shirt? Ich meine, die Clowns, die waren gestern schon hier rum. Oh, shit. Okay. Manchmal Orientierung aus der Hölle. Ja, macht ja nix. Ja. Alle im Auto? Ja, ja. Aber Smoker ist so leise gewesen. Hä? Hä? Ich höre zu. Lügo. Siehst du? Da sind zwölf Monate jetzt. Vielen, vielen Dank. Lügo. Hurra. Ich fangst, dass ich irgendwann aus dem Level überfahre. Kann sich Smoker auch aus seiner Sicht vorstellen, die Clowns anzuschließen. Keine Ahnung, oder? Ich weiß auch nicht, was gerade da bei, ähm, warum die jetzt sich totstellt, Shiva, oder? Mach die Füße ruhig. Wie kriegt deine Art, die Typ, die, 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 die halt die Füße stellen, oder sie kratzen nicht auf den Blut. Und dann, dann, der Franz jetzt, der Typ hier, der, der alles ausposaunt da hat, äh, ja, keine Ahnung. Ja, Mann. La Cucaracha, la Cucaracha, la 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 la. War der bei euch auch so geizig? Ja, 82 und 89. Äh, 455, hoffe ich, hätte ich das gelernt. Wow. Ist das denn abhängig, was man nimmt euch an, statt der Pisswasser? Ne, dass das hier gerade bockig ist. Achso. Ähm, Friis, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank, du Vogel. Alles gut bei dir. Und Patrick. Mach kurz Pause. Willkommen, danke schön. Vielen, vielen Dank, Dat Patrick. Ah, okay. Mach jetzt mal Platz. Achtung, Achtung. Ich verpiepst. Mesa, Ful. Ful, Camacho, Fulbein. Lager leer. 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 Ja. Alles Ful, Ful. Okay, wir eins raus und noch mal so ein Klapper raus. Alles lebt leer. Lagerstamm. Der Auto ist schon voll, ne? Ja, ja. Ah, fahr mal wieder runter, ne? Ich muss sinken, aber ich kann schnell Pipi machen gehen. Ja, aber in den Einschub war das jetzt ärgerlich. Die fallen direkt wieder runter, ne? Ja, das war richtig ärgerlich. Aber das hatten wir schon mal. In dem ersten war nicht viel drin und dann im zweiten. Ich glaube, das war sogar auch der Schub, ne? Ich weiß nicht, ob das Schub war. Oder? Ah, es ist linken. Oh! Oh. Und vielleicht nicht ganz so dicht an der Kante, sonst muss ich vor dir einsteigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Toilettenstuhl. Wow. Hände gewaschen? Nee, gerade nicht. Aber ich muss den eigentlich auch nicht anfassen, weil ich setze mich dabei und der ist so groß und schwer. Der hängt ja alleine. Ja, warte. Ja, warte. Ein Teil noch im Meser. Was? Im Meser hast du noch ein Teil, das war's. Oh, so. Ah, okay. Kann ich hierbleiben, oder was? Ist alles leer, ja, ja. Ja. Ja, warte, du ja mal das Auto aufschließt, abschließt, Mist, Geburt, ist alles leer, oder was? Ja. Okay, fehlt noch. Ja. Äh, ich sitze doch drin. Hä? Ach, nee, Toto fehlt. Toto fehlt. Toto fehlt. Toto sitzt hinter mir. Achso. Jojo. Jan fehlt noch, ne? Wie unterschiedlich, also jetzt hab ich 171 bekommen, wa? Ja, ja, der ist dabei. Ey, der ist total geizig gerade. Überhaupt nicht. Bei mir ja. Vorhin sogar nur 87. Ich bin jetzt bei 812. Oh. Ich liege jetzt, äh, 706. Ich weiter drunter. 339 hab ich. Warum hast du so wenig? 82, 89 und 171 gerade. Ah, okay. Der der Spray Smoker hat mir ziemlich geizig. Ja, da könnt ihr euch ja die Hand geben. Ja, wir machen eben was verkehrt. Ja. Mhm. Obwohl, jetzt ist ein gutes Zeichen. Das hatte ich viel mit einmal. Ach, ja. Wollen wir nochmal hoch, ne? Sockenkasper, ne? Ja, warte mal. Oh, Mann, war es notiert. Finde ich gut. Ammonition? Break? Hallo, Gerrit. Im Gegensatz zu früher wirkst du irgendwie, dass es dir nicht so gut geht oder täuschen möchte. Nö, mir geht's eigentlich gut, muss ich sagen. Es war sehr fett geworden in den letzten Jahren. Sehr, sehr fett. Hä? Muss auch jetzt eine Atemmaske tragen. Ähm. Ja, aber auf dem Weg der Besserung, ne? Ich hab dickes Blut, also mein Hema zu Crit-Wert ist, äh, viel zu hoch. Äh, soll uns wo alle beschäftigt sein, wie Frank gesagt hat, aber... Aber womit? Sie, Max, ne? Norex. Benutzt du die Maske auch brav? Ne, momentan nicht, ähm, weil ich durch die Nasenmaske ist das. Und meine Nase. Ist ja, ist ja eigentlich immer so halb zu. Und, äh, ich müsste eigentlich operiert werden, hat die HNO-Dings-Dormier gesagt. Ähm. Und dadurch krieg ich durch die Nasenmaske nicht genug Luft, weißt du? Und, ähm, jetzt hatte ich da schon angerufen, bei Löwenstein, von denen hab ich da dieses, ähm, Atemgerät, dass ich noch so ein Mundteil brauche, dass ich da schon Mund atmen kann, aber die ist momentan krank. Die Frau, da ist keiner. Nur der AB. Der sagt mir Ost-Highway. Ost-Highway ist für mich... Ja, andere. Das nennt sich nicht fett, naja, das ist fett. Da muss man sich nicht vormachen. Das ist fett. Das ist fett. Und damit, ich fühl mich auch nicht wohl. Auf gar keinen Fall. Und wenn ich, wenn ich zum Beispiel, das kann ich ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin ja dick, äh, mittlerweile, früher war das ja anders, aber, äh, wenn ich zum Beispiel, so, so, im Fernsehen dicke Leute sehe, da gibt's ja einige, die leiden ja wirklich da drunter, und, äh, andere sagen, ey, mir geht's gut, ich fühl mich wohl, kann ich nicht glauben, oder? Kann ich nicht glauben. Also, hm, wenn du zum Beispiel nach ein paar Stufen, dass dir schon die, die Luft weggeht, und weiß ich was, dass du da am Kümmen bist, da kann's ja nicht gut gehen, weißt du? Oder dass du das und das nicht mehr machen kannst, oder da hast du halt Schmerzen, wenn du das machst, oder weiß ich was. Ja, da kann mir keiner erzählen, dass ich da wohl fühle, oder so, ne? Frau, Frau kocht so gut wahr? Ne, das ist, die Nicht-Bewegung ist das, die Nicht-Bewegung. Und wenn die jetzt mein, mein Blut in den Griff bekommen haben, also, wie fehlt der Sauerstoff im Blut? Sehr viel Sauerstoff, weil ich habe nachts, habe ich in der Stunde, habe ich bis zu 82 Atemaussetzer, haben sie gemessen, und maximal bis 45 Sekunden Dauer. Und dadurch kriegst du ja zu wenig Luft im Schlaf, ne? Der Körper wird mit zu wenig Sauerstoff, weil das Blut wird mit zu wenig Sauerstoff, also. Ähm, und das ist nicht gut, und um das in den Griff zu kriegen, ist halt diese Maske jetzt, ne? Dass du halt atmen kannst, dass sie hinten offen bleibt und nicht zugeht, bei der Schlaf, wie bei der Schlafapnoe halt ist, dann schließt sich das ja hinten. Und, ähm, wenn das mit dem Sauerstoff im Blut wieder okay ist, dann darf ich Bock machen, ne? Durch deine Frau? Ja. Ja. Ich habe es, Tanja hat mir das ein paar Mal gesagt, hör mal, du atmest nachts nicht mehr auf einmal, und da stuchte sie mich an und weiß ich was, ruf meinen Namen. Aber ich habe es auch, glaube ich, vier, fünf Mal in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren selber auch gemerkt, dann wurde ich wach, ich wurde so im Halbschlaf wahren, weißt du? Und, äh, ja. Okay, Levin will dich auch umbringen. Ja, warum nicht? Gewöhnungsbedürftig, ja. Ja, sobald das Blut jetzt in Ordnung ist, war. Schnarchen, ja, das habe ich, das habe ich manchmal, wenn ich, wenn ich so in der Eindösphase bin, die Augen gerade so zu haben, aber, wenn ich auch selber wache, schnarchen, aber nicht oft. Ich sehe das nicht. War's nicht? Nee. War kein Streifenwagen. Ja. Also, aufgehört zu rauchen, ja. Kann man etwas gegen dickes Blut tun? Ähm, ja, Sauerstoff wieder ins Blut kriegen, was der Sauerstoffgehalt normal ist. Ich nehme zum Beispiel jetzt, ähm, morgens nehme ich eine Mini-Aspirin von mir aus. Ich esse jetzt jeden Tag eine Gräbfrut, weil Gräbfrut soll ja auch angeblich das, das Blut, äh, dünner machen. Ähm. Oh, wow. Hab gerne hier ein bisschen im Lager stehen, so. Ja, geil, danke. Ja. Ähm, und ich nehme, äh, OPC, also Traubenextrakt, nehme ich eine Kapsel jeden Tag. Na, hört mal. Nicht... Das ist ja gar nicht meine, oder? Das ist von mir aus. Ja. Was? Ja. Leer. Wow. Leer, leer, leer. Alles leer? Ja. Okay. Und du merkst aber auch... Haben alle was? Jo. Nee. Nee, ich hab noch einen geliebten Kofferraum. Bei mir zwei nicht. Drei Teile. Sollen wir noch einen nehmen, oder nicht? Mhm. Und ich merk das wirklich jetzt allein schon von der Gräbfrut, ne? Du merkst, ich hab eine Zeit lang jetzt keine Gräbfrut gegessen, eine am Tag. Die sind zwar bitter, ne? Aber ich presse die immer aus und trink den Saft. Ähm. Ja, wir gucken grad wegen Teilen. Und, äh, ich hab die mal, ich glaub jetzt, ich sag mal, zehn Tage nicht gegessen. Und da merkst du schon, das kann ich mir auch nur einbilden, aber Tanja meinte das auch, sagt er das auch. Sagt, hast du keine Gräbfrut, die essen? Ich sag, warum? Ja, weil das schon wieder so müde gekostet, ne? Okay. Ja, keine Ahnung. Jetzt hab ich, äh, er sitzt ja wieder vier Tage oder so. Ja, aber das lohnt jetzt nicht, den nächsten Hauptplan anzufahren. In Verbindung mit der Aspirin Mini und, äh, den OPC-Tabletten. Wollen wir die anderen jetzt hin? Mhm. Dann kannst halt nur drei Teile rausholen. Denkst du eigentlich noch viel über Taxi bei uns brauchen? Ja, ich muss mal anrufen. Ja, egal, wir fanden, wir kaufen, wir sind gut. Klar. Gerrit, ich weiß wieder, ob den kann, ohne dich zu bewegen. Achso. Soll ich mir so ein Gürtel holen? So ein Wappelgürtel? Hehehe. Ne, ich trink die so Rupo. War am Anfang mal ungewohnt, aber mittlerweile ist das halt okay. Ah, okay. Ja, ich gehe mit Wauwi, aber ich kann nicht weit gehen, ich kann nicht lange gehen. Das kann ich so auch sagen. Das geht nicht. Ähm, es war eine Gewöhnungssache, aber der Arzt hat auch gesagt, ich soll, jetzt darf, darf keinen Sport machen jetzt momentan, soll nicht machen, wegen halt meinem Blutwert und auch mit meinem Bluthochdruck. Hier habe ich ja auch noch, da kommt ja auch noch dazu. Und das muss erstmal jetzt reguliert werden und dann, ja. Darf ich. Nee, Murphy, nein. Hm, hm. Magenverkleiderung, keine Option? Nö. Hm. Möchte ich irgendwie nicht, ja. Ich habe das früher geschafft, ich war ja auch bis 21 oder 22, war ich sehr dick. War ich sehr dick. Nicht so dick wie jetzt, aber annähernd. Und dann habe ich ja mit dem Sport angefangen und da war ich innerhalb von, ähm, von anderthalb Jahren, muss man schon sagen, oder ein Jahr, war ich runter, ich sage mal ungefähr von 120 Kilo auf 88, ne. Ja. Das ist halt Disziplin, ne. Und Sport, ne. 179 Kinders. Ach, da vorne. 179. Wegen den Noten. Ach, heißt Zuckerwasserweife. Soll ich die sagen? Ich bin der, das ist so ein ganz, ganz schlauer und toller Punkt. Na, mein Freund. Ah, ich bin wirklich nicht warm. Bär mit Annabol? Was? Kennst du das, wenn du mich so pappen fährst? Du meinst Training mit Annabol, oder was? Oder, hä? Was? Und das Gefühl hast, gleich brauchst du einen Unfall, Digga, wenn du dann wirst einfach langsam, um vorsichtig zu sein. So wäre dann etwa das Shisha-Café vom Gefühl her, würde ich sagen. Du hast halt die ganze Zeit Angst, was kaputt zu machen. Weißt du? Ist leer, ne? Jo, ist leer. Ja, oben. Eins ist noch drin, soll ich eben loslaufen? Mir ist halt egal. Ja, dann lauf ich eben los. Okay. Brauchst du gar nicht mehr? Nee. Nur noch dampfen. Ich mach das auch, ne? Ja. Ich hab auch dann ja gesagt, ich kauf nichts mehr, ich bringe nichts mehr mit, ne? Weil du machst halt automatisch. Du hast in der Schublade, hast du dann Jumibärchen oder so scheiß Gummi-Zeug liegen, was ich ja gerne mag, ne? Ja. Halt dieses Weingummi und so, ne? Und da denkst du nur in der Schublade, ne? Ja. Ich mach jetzt noch ein Stück weiter nach rechts hin gehen, gegenüber von so einem Hochhaus. Ich komm hier nicht rein. Ich weiß genau, wo du meinst. Du kommst hier nicht rein. Ich wollen wir nicht. Ich seh zwar, ne? Ach, jetzt. Der mag mich, glaube ich, jetzt. Ich hab jetzt wieder 179 bekommen. Ups. Ja, ich kenne, wo ich damals bei der Mensa ja gearbeitet hab, wo ich das Essen ausgefahren hab für die Studenten hier in Aachen. Da hatten wir auch einen, der hat ne Woche bei uns gearbeitet, um sich da mal anzugucken, Probe oder sowas, keine Ahnung. Und der war, der konnte nicht mehr in seinem Beruf arbeiten, der war gelernter Bäckermeister. Und der hatte, wo er bei uns angefangen hat, was hat er da erzählt? Ich glaub 160, 170 Kilo, irgendwas. Und der hatte auch frisch so eine Magenverkleinerung mitgemacht bekommen, ne? Und wenn der dann mittags mit uns gegessen hat, da in der Mensa zum Mittag, dann hat der vielleicht nur so ein Stück vom Fleisch gegessen, ne, und zwei Gabeln, Erbsen und Möhren und dann war Henglischer, konnte er nicht mehr, ne? Und der hat drastisch abgenommen, ne? Wir haben heute richtig Luxus. Ich hab sogar schon 1,2. Echt? Solange die Brüste wachsen, ist alles okay. Wow. Ach, Herr. Ich dachte, du warst Food Designer. Ja, auch. Auch. Natürlich, ne? Ja. Oh, heute Morgen. Wisst ihr, was ich gerne wäre? Ich wäre gerne im Europaparlament. Da wär ich gerne. Da hab ich am Morgen einen Bericht gesehen. Auch wieder auf Facebook. Das war mir heute echt geil. Das gab's ja schon mal, dass sie das gezeigt haben im Fernsehen. Wenn freitags die EU-Parlamentarier, ne? Tragen sich morgens in der Liste ein um 7 Uhr, ne? Die nehmen an der Sitzung teil, kassieren dafür... Ich glaub schon, dass der Puls hat. Wer hat Puls? Ah. Du. Ja, hat er noch. Mir fallen manchmal die Augen, ich hab's schuld. Ach so. Bist du müde? Willst du schlafen? Nö, nö, nö. Ich will Action hier. Also, dass die sich morgens um 7 Uhr eintragen, kassieren 250 Euro, fahren aber dann nach Hause. Sind gar nicht da, oder? Das haben sie heute Morgen wieder gezeigt. Aha. Und die kriegen 14.000 Euro im Monat, oder? 14.000 Euro. Alter. Oder EU-Parlament, ne? Super Idee. Le Mander. Das mit dem Kauen, ja, dass das, äh, ja. Oder? Oder ein Ballon war das vorig, ne? Kann auch sein. Ja. Weiß ich. Dann schlafen wir, du bist geschlafen. Und woher bekommen die das Geld von dir? Was? Das kriegst du auf jeden Ansamt. Der Montag auf den Dienstag. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab vorhin auch schon nach dem Essen. Ich hatte eigentlich den Händen gekackt. Der Gehalt mit abstand. Aber Smoky, die Sachen schienen dir. Auch die Socke? Ja. Okay. Was ist das da jetzt mit Rainer? Wieso liegt der im Krankenhaus? Den haben sie zusammengekloppt wohl. Ja, und dann musste der das ja alles auf Wizzle posten. Die ganzen Daten von den FIB und die Unit. Okay. Wurde er dazu gezwungen? Ja, ja. Oh. Er hat ja schon wieder so ein Organ, ne? Ja. Siehst du? So ist er heute, Frank. Mhm. Ist ein Hauptjob-Streamer. Seit 2016. Ach so, das meinst du, wo das herkommt. Ja, klar. Ja, ja. Das ist ja der Hohn, weißt du. Und die sind gar nicht da. Und fahren dann schon nach Hause. Ja, ich hab noch viel Arbeit, sagte die Frau. In meinem Wahlbereich und so, ne? In meinem WLAN. Da sagte der, ja, aber dafür kriegen sie doch immer. Ihr Gehalt, ihr Grundgehalt und so, ne? Ja, ja, ja. Ich versuch's ja noch auszureden, ne? Ja, ich sitz mal. Ja, normal ist ein Patrulli-Sitz zu fahren. Hä, du sagst doch hin. Ja. Jetzt sitzt. Mhm. Grandolf schlaft gut. Nehmen die PD oben. Hat einer einen Rechner zur Hand. Wie viel haben wir jetzt gemacht insgesamt? Paleto. Mamba. Was hab ich damit gerechnet, ne? Mit dem man in der Autobahn, das ist ja auch leer, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen. 10. Ja, wir sind in 10. Achso, ich weiß welchen. Da hinten der, ne? Ja, ja. 518, okay. Ich wusste gar nicht, dass so viel Jobs geht. Das sind ja noch nicht mal alle. Ja. Aber diese komischen Händler hier kann man nicht überfallen, oder? Welcher Händler? Ach, du meinst die Obsthändler? Mhm. Och, Herm. Och, Herm. Die verkaufen vielleicht drei Bananen am Tag und die willst du noch klauen. Ey, ich hab heute schon 10 gekauft. Echt? Ja. Was machst du mit den ganzen Bananen? Wollte gerade sagen, das war ein großer Verkleid. Das wüsste ich natürlich auch sehr gerne. Das verrate ich dir doch nicht. Ja, dachte ich. Oh, oh. Die gehen da jetzt nicht rein, wenn da einer drin ist. Danke. Eiskalt, ne? Ohne Reden. Nimm deine Hände hoch, stell dich da an in den Getränkeautomat. Ich bin da stehen bleiben. Jetzt musst du sowas sagen, wie das wird ein... Das ist doch so. Mehr saß. Gell, sich mal gleich einer zu ihm. Mehr saß, voll. Voll ja. Dann stell dich mal kurz hin. Ja, ja, ich stell mich hin. Warte. Alles klar, schönen Abend noch. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Falsches Auto. Ob der jetzt ein bisschen Schiss hatte? Ich glaube schon. Frank wollte eine Runde im Burrito mit fangen. Warum auch nicht? Ich hab nix auf der Hand, ne? Ja, alles gut. Wie viele Laden ist das schon? Ja, bis der mal auch. Eins, zwei, drei, vier. Smock hast du eins in der Tasche? Eins, ja. Und eins im Kofferraum getan. Genau, alles, Berg. Ja, Kofferraum ist ihr voll. Das heißt, ja, ein Teil, was fehlt. Alles gut. Bessere Quote als eben. Fünf, fünfte Laden, ne? Der hat jetzt 100 Kofferraum kauft. Schluss zwei, glaube ich, die nicht funktioniert haben, ne? Sieben Läden oder so. Jetzt sitze ich schon in sicheren Autoweite. Meine Mee ist genauso sicher, wie man heute fahren kann. Ja, das, nee, das hat mit Gold nicht direkt was zu tun. Das mache ich ja schon mehrere Jahre. Und ich habe ja auch eine Genehmigung dafür. Ich muss ja eine Genehmigung haben. Dass du in bestimmten Gebieten halt sonneln darfst. Und der Toto, den wollte ich jetzt mal mitnehmen jetzt, wenn es wärmer wird. Und der muss dann halt auch sich die Genehmigung dann holen. Und da fahre ich auch dann nächsten Freitag, ist das, ne? Ja, fahre ich morgens mit dem dahin, dass der auch eine Genehmigung kriegt. Und dann werden wir zweimal, wenn es wärmer ist, losziehen und das auch dann live streamen. Und dann sondeln gehen, ja. Ich glaube, das ist richtig interessant auch für euch im Stream. Allein die Spannung, wenn der... Du gehst dann mit dem Pinpointer am Graben und so. Das ist schon interessant. Spannend. Was sind Sondeln? Sondeln ist, kennst du keinen Metalldetektor? Die Bekloppten, die auf der Felder marschieren und so. Und so ein Kram. Ja, und da dann rumgraben. Ich mach das ja schon mehrere Jahre, man war. Ich mach das ja schon mehrere Jahre. Wahrscheinlich. Und wenn es dem Toto auch Spaß machen sollte, dann muss man natürlich gucken. Muss man mal 5, 6, 7, 8 Mal gemacht haben. Aber das sag ich jetzt... Nein, das kann ich noch nicht sagen. Aber er hört ja eh nicht zu. Nee, Missy ist da. Nee. Kann ich jetzt nicht sagen. Weil der hat ja keinen Teil oder so. Das macht echt Spaß. Und du bist halt draußen, hast Bewegung, weißt du. So. 178, Mackie, Mamba. Mein bester Fund. Mein ältester Fund war eine Münze vom Jahre 1678. Eine Münze. Und schönster Fund, oder... Ja, was heißt schönster Fund? Spannendster Fund war für mich eine goldene Gürtelschnalle aus dem Zweiten Weltkrieg. Also keine goldene jetzt, der war nicht Gold, sondern verholdet hier dieses Lackzeug-Scheiße da. Nichts drängeln. Ich wollte dich doch mal anfassen. Warte ist leer. Wie? Schade. Aber die Münze, die war richtig schön, war? Hat doch lange gedauert, bis die sauber war oder dementsprechend sauber war, dass du was erkennen konntest und mit Glück auch noch was erkennen konntest. Da musst du bei dir in der Gemeinde, musst du mal gucken, wer dafür zuständig ist. Ich muss jetzt mit dem Toter zum Beispiel zum LVR hier bei uns in Niedecken. Und, äh, ja. Äh, 142 Mäcki, Mamba. Aber, wie viel haben wir jetzt? Und du darfst es natürlich, du darfst es nicht behalten. Du musst ja alles, was du findest, streng genommen musst du ja melden. Ähm, und, ähm, dementsprechend auch normalerweise, normalerweise abgeben. Aber, ähm, zum Beispiel, hier gibt's in Aachen, gibt's mehrere Archäologen. Und, ähm, die lernst du auch mit der Zeit dann kennen. Und, äh, die sagen dann auch, irgendein, behalt den Scheiß. Also, wie jetzt Patronenhülsen oder, weiß ich, was für'n Sick alles, ne? Was? Oder Reißpfennige oder, weiß ich, für'ne Scheiße, ne? Was? Echt? Weil, zweiter Weltkrieg, Utensilien, hat findest du ja ohne Ende. Ohne Ende. Oh, okay. Uh, uh. 838 haben wir jetzt. Oh, fuck. Hab ich dir da drüber gefahren? Der arme Mann. Jetzt hat er sich ein zweites Mal in die Hosen geschissen. Das Nachschweinzimmer gibst du dann auch, ihr auch, ihr auch, ja, muss ja schon. Arme Hand und da war Kippe. Ich mein, das kriegt, eigentlich kriegt's keiner mit. Der fährt nie wieder Motorraden. Der, wenn du ja da sonnen gehst und findest was, kriegt da keiner mit eigentlich, aber. Ja, sorry, da war ne Kippe, Bruder. Das ist schon besser, weißt du. Und du mit der Zeit weißt du auch, wo drauf die abfahren oder weiß ich was. Wo drauf die nicht abfahren, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich zum Beispiel hier in Euschen, ähm, vor ein paar Jahren, ähm, haben die da auch gesammelt und haben da halt, ähm, Sachen aus der Römerzeit gefunden. Und dann haben die da auch richtige Ausgrabungen gemacht, offizielle Ausgrabungen, ne. Und da auch ein Haus, also Grundriss vom Haus freigelegt aus der Römerzeit und sowas. Da war wohl ein Gutshof oder sowas, ne. Was, bei euch da schon wieder für Aufregung? Ja, dann ist bei uns in Stolperstach auch. In Stolperstach auch hier, der Riesenwald. Also fahren wir als Kiez hin oder fahren wir nur um abzufacken? Es war ja auch mal ein Junge, ja, es war ein Junge, ich glaube 14, 15, keine Ahnung, noch ein bisschen dumm in der Birne, naiv. Der hat ja diesen, was war das damals, Barbarenschatz, glaube ich, gefunden, ja. Und, äh, der wollte den auf Ebay verkaufen, hat den angeboten, wa? Ja, da hat er Einflug gehabt, Junge, haben sie den Bude aufgeräumt bei dem. Was ist denn los? Wie tief musst du da graben? Ach, so ein... Packen irgendwie wohl Candy ab. Okay. So ein, so ein... Sonnl, Sonnlgerät, was ich auf der Wishlist habe, das ist schon sehr gut, das muss man sagen. Ja, das AT Pro. Ich hab, ähm, ich hab den Eurowase, äh, 3,50, glaube ich, ja. Und, äh... Also mach's... Also mach's mal 15, 18 Zentimeter. Ja, 15, 18 Zentimeter tief, ungefähr. Jetzt hab ich bei mir aber auf den, hab ich eine andere, eine andere, ähm, Sonde noch drauf gemacht, die was tiefer geht. Also ich komm, vielleicht, wenn der Bogen die Bodenbeschaffenheit gut ist, lass es mal so 20, 22 Zentimeter sein, circa. Okay, mal da. Da hatte ich aber grad vor dem Neues. Ja. Da kannst du ja nicht das. Wenn du was wertvolles findest, abgibst, ja klar. Kriegst du, kriegst du, kriegst du ja auch eine Belohnung dann, unter Umständen, ja. Steigt mal aus. Subtry. Aus, äh, aussteigen, umziehen. Was? Mit mir auf der Straße umziehen. Ja, ich stelle mich in den Baum. Hallo. Hallo. Das Handtuch vor dir. Dann sieht das keiner. Haha, genau solche wie du auch. Ich hab ein Motorrad. Du meinst, äh. So, ja, ich hab mir doch grad ein Handtuch davor leben. Kannst gar nicht. Ich kann nur gucken. Oh, warte. Als, als ob du sowas noch nie gesehen hast. Uuuuh. Jo, wie viel hatten wir jetzt? 800. Also stell dich mal nicht so an. Deine sind nicht kleiner, als die, die ich schon gesehen hab. Ich meinst du, Hellenierer? Ja, schlüsst du auf, wir hatten, wir hatten das einmal. So eine, wie hieß die? Brand. Ich weiß, dass es Hellenierer ist. Brand, Startbombe. 838, okay. Ähm, da kam auch, da kam Viertel Räumdienst dann raus. Hat er sich da grad aufs Maul gepackt? Ich hab jetzt Geld gemacht. Wem muss ich das geben? Äh, da gehen wir jetzt ab, komm mit. Also, okay. Was hat denn? Keine Ahnung. Genau, es kommt natürlich auf die Beschaffenheit des Gegenstandes an. Wenn das ein großes, ein Riesenobjekt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass es tiefer liegt, dass es auch noch entdeckt wird. Wenn es jetzt ein kleiner, wie eine Münze oder so, dann wird das schon schwieriger. Ja, aber was mich da reiht, ist nicht irgendwie was Wertvolles zu finden. Wie hast du das gemacht? Ich? Jo. 838. Was wertvolles zu finden? Ich habe 1270. No, das ist viel. Ja. Sondern das Gefühl, wenn es anschlägt und du dann auf den Knien, auf dem Boden im Dreck liegst und dann mit so kleinen Schäufelchen am Schaufeln bist, mit dem Pinpointer da am Suchen bist und wenn du es dann hast und wenn du zum Beispiel eine Münze machst, dann gibst du Wasser drüber und so und dieses Gefühl dann, wo hast du was gefunden sollen. Man hört wieder alles zu schreien. Ja, viel. Komm, gehen wir nach vorne. Ja. Ach ja, geht das. Oh, kann ich nicht hin. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Hallo. Wer kriegt denn jetzt die Flocken? Ja, genau, das wollte ich auch machen. Du hattest einfach, was ihr habt, Scheiße. Okay, danke. Oh, danke. Dankeschön. Toto. Ja, was geht? Oh, was geht? Pumuckl. Hey, red nicht so mit meiner Mutter. Hey, Toto. Ja? Was ist mit dem Heroin? Ironhine? Ironhine. Wie geht's dir? Alles gut? Du meinst, das Smoker erklärt heute das Heroin, was hinterm PD verkauft wurde an Kinder. Wer, verkauft das? Das hast du doch gesagt. Nee, habe ich gar nicht gesagt. Wow, Toto, du hast dich voll verändert. Alles. Alle sagen das. Alle sagen das. Sagen alle auch jetzt ein bisschen feiern und so? Was ist das? Ach so, ja, der ist hier, Goodall ist älter geworden. Toto? Frenzner. Die Suche an sich ist das geile, wie ein kleines Kind Wundertüte. Ja, ist wirklich so. Heute nicht. Ist wirklich so. Ich habe noch nicht. Erst im April habe ich Geburtstag. Ich habe noch gesagt, alter Mann, Geburtstag. Wie lange kennt ihr beide euch eigentlich, Smoker und Toto? Oh, fast fünf Jahre, ne? Ja. Ja. Echt? Wir leben mal zusammen im Ruhrpott. Ja. Jetzt wirklich? Ja. Ja, natürlich. Klar. Hä, aber soll ich dir mal was sagen? Was geht? Dann hast du ihn mal nicht erkannt, kann das sein? Wie meinst du das? Vor ganz vielen Monaten waren wir mal zusammen mit Ajo hinterm Dings und da hast du ihn angepöbelt und wusstest du überhaupt nicht, wer das ist. Ja, wir machen Rollenspiel manchmal. Aha. Aha. Betrunken war er also. Er hat ihn eingeschleust. Wir sind dann so geheimnisvoll, weißt du. Geil. Das macht dich besonders bei Frauen interessant. Geil. Und fünf Jahre kennt ihr euch schon? Ja. Ja. Wann hat er Geburtstag? Schmucker, wann hat Toto Geburtstag? Ja, dann. Kannst du bitte stehen bleiben? Ich weiß nicht, wann er gewonnen hat. Wann habe ich Geburtstag, woher weißt du, was war ich? Wann, er hatte schon. Wann, der? Wann, der? Im Februar. Welchen? Alter, spielst du der Plumpsack geht rum, oder was? Welchen Februar? Geil, dass du jetzt mein Geburtstag hast. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sag mal, rat mal, komm, einmal darfst du raten. Zwölfte. Ja, fünf Tage später habe ich Geburtstag. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist nicht schlimmer gewesen. Ja, glaub ich, dass du jetzt ausgeschlossen bist davon. Ja, ist schlecht. Bist ein schlechter Freund. Toto war ein Schmucker Geburtstag. Ja, 22, siebte. Ja, Minus Freund. Hätt's Maul. Ja, weißt du, warum der unterschweigt? Echt? Ja. Ihr beide haben 22. siebte Geburtstag. Ich will erklären, warum ihr beide so eine Missgeburten seid. Ja, hallo? Er meinte, du bist eine doppelte Missgeburtstag. Drei Tage später habe ich Geburtstag, ja? Nee, echt, 22. siebte, okay. Das interessiert halt keinen Devon. Eine Woche vorher habe ich Geburtstag. Martin, danke schön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Aus Geburtstag raus, dass du überhaupt mal bezählst. Warum bist du jetzt schon wieder? Ja, was du hältst. Ah, ich freue mich da auch drauf, ja. Ich freue mich auch drauf. Ja, ich glaube um 7.15 Uhr. Schön, schön. Müssen wir mal gucken, wie wir es daheim sind. Müsstens wir so ein Setup machen, weil ich glaube, vom Handy aus ist das nicht so prächtig ein Stream, aber mal gucken. Warum ich, ich nicht. Gut, der hat gehorst. Du bist deinem Kofferraum auf dem Buffet. Geil. Ja, du musst das so machen. LSD. Aber ein Astro für die anderen da, aber die muss ich das machen. LSD. Ist ab hier. Normal nimmt ihr bald ganz Salat. Ich habe richtig Hunger. Hat jemand was zu essen noch für mich? Ja, ein Salat. Nehme ich. Da freue ich mich tierisch. Gibt ihn. Ist er mit Dressing? Ess einfach. Ey, kannst du dieses Lachen lassen, wenn ich mit Dressing rede will. Hattest du eigentlich schon alles hochgebracht? Oh, scheiße. Ich habe was anderes für dich. Schaffst du alles rein? Kopfhimmeln werden, ist das doch nur was, was wir zu werden. Das ist immer oder braun werden? Brau, blau werden. Oh, da ruf mich auch ein, aber warte mal. Ach so. Oh, schwenken wir hin, werden. Schmuck. Ja? Hallo. Rainer. Hey. Wie geht's dir? Beschissen. Bist du wieder entlassen? Das FIB hatte dich mitgenommen, ne? Ja. Und, was wollten die? Ja, alles wissen, was da passiert ist. Haben die die Schweine gekriegt? Da haben die nichts drüber gesagt. Ach so. Scheiße. Ich habe denen alles erzählt, dass wir zusammen waren. Ja. Am Anfang so ein bisschen. Ja. Und, dass ich mich dann von euch verabschiedet habe. Und dann so... Wo bist du dann hingefahren? Ich war doch im Dings, bei meiner Freundin und ihrer Freundin. Am Hotel. Ach so. Und da haben die mich dann eingesackt. Also ich habe denen auch nichts irgendwie erzählt von irgendwelchen... Also ich bin ja die ganze Opfer. Also das mit den Liebeszeugen habe ich denen nicht erzählt. Ja. Aber warum haben die sich gezwungen, das da zu posten? Im Internet? Wir haben gesagt, weil ich die meiste Reichweite habe. Ach so. Ja, sind natürlich die ganzen Gaheimagenten gevögelt, ne? Kommst du mit? Das war mir so egal, die haben gedroht. Meine Freundin und die ganzen Freunde, die ich habe alle. Die wussten ja alles. Echt? Ja, die wussten sogar die Identität von Johnny Laser, dass das Laser Taser ist und so. Scheiße. Wer meine Freundin ist und die ganzen... Das ist natürlich scheiße, Rainer. Ja, ganz ehrlich, ich habe versucht mich zu wehren, aber du hast ja gesehen, was daraus geworden ist. Ja, du hast ja die richtige ganze Gesicht kaputt gehabt. Kannst du mich vielleicht nochmal ganz kurz abholen, weil ich für Doto oder Doto... Nee, das Auto ist voll. Ich fahre gerade mit, weil ich habe kein eigenes Auto. Na, ist es eben, weil ich... Ey, 50, nächstes Mal gibt es Strife bei dir, ne? Ja, ich bin ja auf Krücken von Afrika. Ja, nee, ich bin... Das Auto ist voll, hier in so einem Auto bin ich drin. Ja, von... Das ist der Köter von dem Borla. Versuch doch mal siebenmal die 5 Taxi. Der blöde Taxi. Ich mag die Taxifahrer nicht. Nee, das tut mir leid. Das kann ich gerade nicht. Okay, aber nur, dass du Bescheid... Ja, wir telefonieren morgen. Gute Besserung, ne? Okay, tschüss. Tschüss. Ach, Herr, ich bin das wieder raus. Ja? Ja, ja. Haben ihn befragt, ob er was erkannt hat oder sonst irgendwas. Aber wusste ja nichts. Wir kennen uns. Wir haben ihn gezwungen, das zu posten, weil er die größte Reichweite hat. Ah, okay. Was machen wir hier? Ja, ich hab was für dich. Für wen? Was machen wir hier? Ja, Moment. Da. Wow, danke. Salad Schleuder, ne? Fastid. Heute Late Night. Nee, ich muss gleich Feierabend machen. Ich kümmere mich da mal rum. Geil, aber wir haben ihn doch so gar nicht gezwungen. Ich hab mal gesagt, wir prügeln uns ja. Hab ich dich nicht zu holen, zu irgendwas? Schau dir doch so Bock. Ja, na klar. Ich brauch halt nur kurz... Na, ich brauch... Hat jemand vielleicht ne Pflaster oder so? Irgendeiner? Gib dem, was er braucht. Gib dem Mann, was er braucht. Nee, leider nicht. Gib mir ein Pflaster jetzt! Ihr musst bocken hier! Pflaster her! Geh die eins kaufen? Pflaster, gib mir ein scheiß Pflaster. Oder Toto jetzt. Äh, ich hab nur ein Taschentuch. Boah, ich glaub, wir kämpfen da in dem Käfig gleich. Das ist geil. Na, ist Bayern nicht jetzt auch schon lange? Hast du eine Genehmigung? Früher brauchst du Bayern und... Wo war das noch? Bayern und Berlin? Ich war mir nicht gleicher. Bayern weiß ich auf jeden Fall noch. Da brauchst du damals keine Genehmigung. Ähm... Aber ich glaub, mittlerweile musst du doch eine haben. Äh, ja, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, dann sollen doch nur die beiden dahin gehen. Ja, aber wir können doch an den Zaun. Echt, Slow Mo? Ich hatte das Problem auch. Ich hab das Problem auch. Ja. Aber dann auf einmal war es weg, wa? Keine Ahnung. Am nächsten Tag oder so. Was machen die jetzt? Was machen die jetzt? Die wollen dich koppeln. Warum prügeln die sich denn? Weil, äh, Johnny versucht hat, mich eben bei den Cops zu verfatzen. Und Frank hat die Weile gehabt. Also haut er ihm auf die Fresse. Ach du Scheiße. Der Smokey wird gar nicht mitbekommen. Ja. Weiß ich. Der ist eh voll gekippt wieder. Bin ich dein Liebling, Rick? Ich bin nicht dein Liebling. Mein männlicher Liebling, ja. Ah, wie soll ich eine Schlägerei anzetteln? Okay, egal mit wem. Komm mit. Wuhuuu. Warum nicht? Was ist Spaß? Wir sind Sportler. Alles Sportler. Das ist King of the Hill. Alles Sportler. Alles Sportler. Wir sind alle in einem Karate-Verein. Und warum ist der Karate-Verein hier am Stadtwerk? Ja, weil unsere Vereinshalle abgeframt ist. Die ist direkt neben PDM. Ach so. Wann gehst du Sonne? Ähm. Wenn's wärmer ist jetzt zwar. Alles klar. Wenn's wärmer ist. Ja, das ist gestern. Das gleiche wie bei euch. Ich kann's gerne mitkommen. Klar. Wir sind ja damals auch immer mit, das sind zwei Bekannte von mir gewesen. Die hatte ich auch über das Internet kennengelernt von so einer Sonne-Gruppe. Sind wir auch immer zu dritt dann rumgezogen. Das ist, das ist ein uralter Mod von mir. Leider, 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 leider. Das ist ein uralter Mod von mir. Der gute Alp. Alter Jesus, ohne Scheiß jetzt. Tobi! Tobi, bist du irre? Tobi, mein Schatz. Der Tobi raided hier mit 3.119 Viewern. Tobi, danke schön. Haut mal ganz viel Liebe raus für den Tobi und seine Community. Oh, wir müssen hier irgendwas machen, ne? Na, was? Was machen wir uns warm? Warte mal. Ja, uns warm an. Okay. Ciao. Tobi, geht los. So. So. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. So, ich kann nicht mehr. Ich bin 47 Jahre, ich kann die Arme nicht so weit oben halten. Wirklich nicht, wirklich nicht so viel. Ganz ehrlich. Ja, ja, ich wollte was. So. Wer, 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 wer bist du denn? Ah, ah, hallo. Ich wollte ja hier mal mit drauf bauen eigentlich. Was? Wer, 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 wer bist du denn? Ich? Hm. Ähm, Nancy, hi. Äh, Nancy? Ja. Hallo, Nancy, ich bin Schmoker. Wie? Schmoker. Schmoker? Hm. Okay. Ähm, wir kennen uns nicht, ne? Nö, sonst hätte ich dich ja nicht angesprochen. Du bist ja weit Engelsgleiches. Du wärst mir schon vorher aufgefallen. Äh, ja, danke. Wo kommst du her? Ursprünglich, oder? Äh, komm ich aus, aus Kanada, Toronto. Kannst du schwimmen? Ja. Kann ich dich mal ins Becken stoßen? Wow. Wirklich? Ja, wie früher in der fünften Klasse im Schwimmbad, so reinschubsen. Aha. Hast du das nie gemacht? Nein. Ach so, ich immer, ich immer mit dem Antonin, da hab ich immer reingestoßen. Ja. Okay, wer ist Anton? Das ist ein Freund von mir gewesen damals. Okay. In der dritten Klasse, danach haben die mich rausgeschmissen aus der Schule. Okay. Ja. Ja, das ist nicht schön. Wieso? Das rausschmeißen aus der Schule? Ja. Ja, ich hab geraucht am Schulhof. In der dritten Klasse? Ja. Ich war ja 16. Du warst 16? Oh gut. Da kommt ein Auto, pass auf. Du warst 16 in der dritten Klasse? Mhm. Ähm. Warum? Ich weiß nicht. Ich dachte, in der dritten Klasse ist man nicht 16. Ja, ich schon. Ich, die haben immer gesagt, Schmoker, du bist hängen geblieben. Das sagt dann der Doktor auch immer zu mir. Hat das der Doktor gesagt, ja? Ja, der auch. Warum? Hast du einen Freund? Ja. Warum? Ja. Hast du eine Freundin? Nee, gleich, dich. Findest du mich nicht hübsch? Ähm. Bisschen, bisschen, ähm, 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 was soll ich sagen? Ich hab einen Freund. Also. Aber mit deinem Charme kannst du doch bestimmt jede haben, also. Ja, darum spreche ich ja an. Ja, weil ich hab ja schon jemanden. Also. Hat das wehgetan? Was denn? Als du damals vom Himmel auf die Erde geknallt bist. Oh je. Ich hätte nicht fragen dürfen. Willst du was essen gehen mit mir? Ich glaube, davon wäre, ähm. Dein Freund nicht begeistert. Ja, richtig. Der braucht ja gar nichts wissen. Schieß ihn doch ab, nehm ich. Ach, wir haben gerade eine recht schwierige Phase durchgemacht. Ich glaube, es ist gerade nicht so einfach. Der ist dir fremdgegangen, ne? Was? Ist der dir fremdgegangen? Ähm, wie kommst du jetzt darauf? Siehste, hab ich noch recht, oder? Das hab ich nicht gesagt. Ja, sonst hättest du aber nicht nachgefragt. Scheiße, ne? Ich denke nicht. Das Schwein, oder? Warum schießt du denn so eigentlich ab? Ich bin 47, ich hab nicht mehr lange zu leben. Ich hab Rücken, ich hab Kreislauf, ich hab manchmal Fußpilz. Hast du schon mal meinen Fußpilz gesehen? Uff, nee. Willst du mal gucken? Ach, vielleicht morgen. Beim Aufwachen, oder was? Nee, während dem Abendessen. Ach so, wie viel Uhr morgen Abend? Ja, weiß nicht. 18 Uhr. Nee, ist zu früh. Ich bin Langschläfer. Was heißt du von halb neun? Oh Mann. Hier, Treffpunkt, vor der Bank? Nein, ich, äh, nein. Willst du Rose kaufen für die Frau? Was soll ich kaufen? Rose? Rose für die Frau kaufen. Magst du? Nein, da, guck mal, diese Frau braucht keine Rose. Diese Frau ist eine Rose, Dodo. Oh, hätt ja sein können, dass du Rose kaufen willst. Ja. Also willst du nicht mit mir essen gehen? Ja, wie gesagt, ich, äh, ich kann nicht. Du weißt nicht, wer das ist. Ja, sag deinem Freund doch einfach, du, du musst zur Fahrstuhle. Was? Sag deinem Freund einfach, du musst zur Fahrstuhle. Zur Fahrstuhle, ja, aber ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht anlügen. Ach, hör mal, der hat dich beschissen und du hast Angst, ihn anzulügen. Das hab ich doch gar nicht gesagt. Pass mal auf, pass mal auf, wenn ich bis morgen mein Handy verloren hab, dann kannst du mich auf jeden Fall anrufen, weil ich geb dir jetzt meine Nummer. Und dann können wir ja ein Date vereinbaren, okay? So, was machst du noch zu schreiben? Ja, ja. 555. Moment, wie ist dein Name nochmal? Schmokojaret. Ja. 555. Ja. 608521. Nennst du es so schnell. 608521. 608521. Okay. So. Also, wie gesagt, wenn ich das verliere, kannst du mich anrufen. Wenn du dein Handy verlieren würdest, würde ich dich auch anrufen. Wie war eigentlich dein Vorname? Nancy. So, und du hast auch Vorwahl 555, ne? Fragst du mich jetzt gerade noch nach meiner Handynummer? Äh, hab ich eben schon, da hast aber nicht reagiert. Also, Los Santos, oder? Ich dachte, du, äh, hast du jetzt gerade aktuell nicht. Ja, aber du meinst doch jetzt nicht, wenn du mich morgen Abend nicht anrufst, sag ich dann hier eine Telefonzelle anrufe, oder was? Ich möchte schon gar nicht anrufen. Ja, aber warum willst du mich denn anrufen? Pff, siehst gut aus. Ach so. Ja, ich treffe mich gern mit schönen Menschen. Aha. Mhm. 555. Ach, ich glaub's nicht. Äh, sieben, nee, doch, 794. 794. 162. Okay. Gut. Ja. Okay, bis morgen, ja? Ja, ja. Okay, tschö. Tschüss. 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 Gut, schöne Frau. Wo ist eigentlich Toni? Hey, die ist beschissen worden von ihrem Freund. Wer ist denn der Freund? Wüsste ich doch nicht. Toni liegt am Boden hinten. Wow, hat Frank den gehauen. Ja, ja. Ja, er hat wohl Kendi mal irgendwas. Wollte verpfeifen. Ja. Echt? Ja, ja. Horny. Horny, wie ist das, Junge? Alles gut? Dat Horny. Katjes grüßt dich. Aricelli grüßt. Wohin? Ja, um die Ecke. Ja, lauf vor. Full Reaper grüßt dich. Andi grüßt dich. Kannst du dich bei der Blonden nur mal klar machen? Nö. Was? Was? Was hab ich? Bei der Blonden die Nummer klar gemacht. Ja. Hab ich. Alte Schule, wa? Bis zur dritten. Ja, sag ich ja. Ja, ich war länger in der Schule als du, du Idiot. Ja, das macht ja nix, ne? Ja. LBS eben halt, ne? Was für ein Ding? LBS. Hast du auch einen Vertrag bei der Bausparkasse? Ja, klar. Einen ganz großen. Ach so. Ja, den hast du wirklich. Oh, was ist denn hier los? Diese Steine können sie bauen. Äh. Oh, scheiße. Männer? Ja. Spawning, na? Alle sagen das. Ja. Habt ihr denen gesagt, dass die Kollegen den da erschossen haben? Alle sagen das. Oh, Murphy. Was ist denn hier passiert? Och, ähm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, die müssen sich nicht. Nee, ich weiß nicht. Nassenschlickerei! Oh, scheiße! Hat der den Polizisten eine gegeben? Hast du schon mal gesehen, Dodo? Oh, scheiße, jetzt geht's hier los. Jetzt ist, jetzt ist Action. Komm. Was hier wieder los ist, ne? Das ist, das ist Berlin Tag und Nacht, ey. Das ist Wahnsinn hier. Marcel Martino grüßt dich. Hey, hey. Ihr habt hier mitbekommen. Ich kann nicht sterben. Können Sie auch mal was? Ja, ich kann doch mal was mitbekommen. Oh Gott, das haben Sie dich. Ja, okay. Können Sie das mal erklären? So. Nein, jetzt halt die Plätze. So, jetzt liegt der hier, ist kein Mediziner da. Wir kümmern uns um ihn. Und ihr provoziert. Und ihr wartet mit Sektionshands in die Ecke. Alter, die kommen ja immer mehr. Oh, da kommt er. Ne, ich wusste es. Du läufst mir hinterher. Du bist gefangen von mir. Ja, ich bin es. Da wird geschossen. Scheiße. Ja, ihr seid erbärmliche Haut und Scheiße. Und ihr steht da mit eurem Waffen und denkt, ihr werdet. Krampenscheiße, Alter. Meint ihr mich? Keine Ahnung, wir wurden zum 1099. Wo ist denn der Dudu, der Idiot? Ja, aber das ist ja nicht wegen uns. Das muss ich halt hier verpissen. Die Scheiße, diese kleinen Bastarde. Da ist Dudu. Im Auto. Ja, mal gucken, dass da keiner rüberkommt, über Laser. Schön. Ach, Herr. Der Dudu. Ach, herrlich. Aber gleich schon schützt, dass der eine uns auch so in die Karre fährt, wie die Bullenkarre. Warum stehen wir hier noch? Ja, wegen Johnny. Achso. Wollen wir nicht lieber aus dem Auto raus? Nee, nee, wir bleiben im Auto. Aber wenn er da auch so reinprescht wie in die Bullenkarre, dann fahren wir zu den Vargos und werden sie hier wegradieren. Waren die Vargos da ist? Ja. Oh, scheiße. Waren wir in die Vargos und werden da die Leute umbringen. Ich kenne die eigentlich gar nicht, die Vargos. Ich kenne da nur ein Lied. Wer sitzt da eigentlich vorne vor mir? Das ist immer noch Sam. Aha. Ist das deine Freundin? That's right. Oh, okay. Aber macht nix. Kannst du ruhig ein paar Komplimente der Frau geben. Hör, ne, so einer bin ich nicht, Junge. Oh, ich glaub, da liegt sogar ein Kopf. Ja, ja. Ist da einen umgefahren? Ja, hinter dem Kopfwagen. Liegt was. Oh, ja, scheiße. Polizist. Ist alles okay bei euch, Jungs? Alles okay bei euch? Mully, grüß dich. Catless, ne? Schlawiner? Okay, alles gern. Wir hauen ab jetzt. Du hast total erfolgreich gefunden, ja. Ah, okay. Aber nicht bewusstlos. Mal was hier wieder los ist. Ja. Ja, hier fährt wohl einer ziemlich schnell durch die Gegend. Oh, nee, ne? Und den versuchen die aufzuhalten. Jetzt würde mich interessieren, ne? Nee, wirklich jetzt? Ja, und der ist eben in die Kopfkarre reingebrettert. So, was hatten wir doch damals schon mal. Äh, ja gut, aber er hat es gezielt auf Cops abgesehen. Das heißt, das kann... Ich weiß, worauf du dir anspielen möchtest. Ja. Glaube ich aber nicht. Okay. Gut. Ich hatte gerade den ersten Gedanken, dass wieder ein Hacker da ist, wa? War das denn sicher einer von den Wagons? Kitaro, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Okay. Ich hab den Wagen noch nie gesehen. Mach ab jetzt einen zwölf Stunden Stream, richtig geil. Also, oder noch mal, Junge. Ich hab mir keine Ahnung von der ganzen Regierungen. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich mal mal. Das kann ich nicht mehr. Doch, zwölf, ja, aber mit Vorbereitung. Da muss ich ausgeschlafen sein, wa? Ja. Gut gegessen, ausgeschlafen, ja. Deswegen, ich hab auch immer ständig Schiss durch irgendeine Hood zu fahren. Ja, die schießen auch manchmal direkt. Ja. Bei Raiden steht auf jeden Fall nicht hier. Den Trick mit der Nummer merk ich mir. Was? Ach, Herr. Ja, irgendeiner muss wohl in die Polizei reingefahren sein, wa? Oder sowas. Keine Ahnung. Hab ich noch was zu essen bei? Warte mal gucken. Ah, die Fressbude. Was? Hier ist dieses Waskebab. Ach, ist das der Laden? Ja, das ist der Laden. Oh, waren die auf... Die müssen bald aufmachen, ne? Genau. Der Kalle. Kalle und Stulle, genau. Ja. Was soll, ich muss mein Auto da auch noch holen, ne? Das sind ja die zwei, Kalle und Stulle, die die 100 Joints jetzt kaufen für 120, für 12.000, ne? Ja, nochmal 4.000 gewinnen. Ich darf jetzt Kohle rauszuharren. Gerrit, wo steht das, was du für ein Equipment hast? Das steht nirgendwo. Ach, du Scheiße. Guck mal, da fährt er wieder. Den Gags. Ich hab, ich hab, ich hab ganz normale Sachen. Drei Monitore hier, hier. Spielmonitor. Hier für die Alarme und sowas. Alles da oben OBS. TeamSpeak. Ne Kamera. Mikrofon. Schreibtisch. Zwei Tastaturen. Mischpult. Mäuse. Streamingrechner. Ja. Ganz normal. Ja. 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 Okay. Okay. Achso, ich dachte, du hättest jetzt hier die Bank auf. Ja, jetzt mittlerweile für mich, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ganz normal. Ich hab ja auch damals angefangen mit dem ganz alten Laptop zu streamen. Einmal umziehen. Ja, weiß ich noch. Wieso? Wo das alles verpixelt war. Weil die anderen Aufmasketten raus sind. Und dann kam ein AMD A8 mit einer ganz billigen Grafikkarte. Oh, ich seh schon, ich land heute wieder im Knast. Ich will nicht, aber wie gefänglich. Ist das ein Manchester-Poster? Das hier? Das da? Nein. Pass auf. Aber was haben die denn vor? Witzig. Das ist total süß. Du meinst das da, ne? Ich hab ja einfach dazu. Sicher, sicher. Ja, das. Das ist jetzt unscharf, weil die Kamera scharf gestellt ist, auf mein Gesicht. Was manchmal gar nicht so vorteilhaft ist. Wir sind daran maskiert. Das sind die Muffins. Das sind die Muffins. Unser FIFA-Club mit Curry und jetzt auch Heideltraut, Major, Andi, Vossler und so. Und das hat mir, die Witti und Hotze Plumps haben sich bei Curry die Originaldatei besorgt und haben das dann auf eine Leinwand drucken lassen und mir geschenkt. Schön, da? Ja. Und das ist Schmucker. Ja. Das ist mein Schatz, der Smoker. Zieh die Mütze aus. Hör, warum? Du hast doch gesagt, schau dir an, das zieh. Ja. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. What? Nein. Oh. Jo? 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 Ja, komm. Okay. Genau, unser Pro-Club. Ja, genau. So, mit der Vision mit dieser Jacke. Frank und Rick kommt, Mann. Na klar. Ja, Frank, komm. Frank. Komm mit, Mann. Komm jetzt, Frank. Jetzt weiß ich auch, was ich die ganze Zeit so vermisst habe an diesem Mucker. Hör, meine Mütze. Genau. Ja. Schön, ne? Hast du noch so eine? Nee, die ist einmalig, die hab ich ja selber gebaut. Hallo. Kannst du dir auch eine bauen? Ja. Willst du einen haben? Du hast Frank da hinten. Ja, die kannst du brauchen, mein Hut. Kannst du brauchen, wenn die Eldians kommen. Wenn die angreifen. Eldians? Da oben. Glaubst du an sowas? Wie glaub ich an sowas? Ich wurde schon mal entführt. Die haben mich auf ihr Raumschiff geholt. Die haben Sachen in mich reingesteckt. Ich glaub, heute sind die noch drinnen bei mir. Irgendwas. Die haben mich untersucht. Kann einer von euch mit dem Sultan mal einmal einen Block fahren? Das sieht aus, als ob der vorne einen Platten hat. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Ja. Kein Schlüssel. Was machen wir hier, Tolo? Bist du sicher, dass das Eldians waren und nicht das FIB? Die lassen die auch auf der Fall fallen? Nee, das war ja im Raumschiff drin. Ich hab ja auch schon zu Tolo mitgesprochen. Das ist der Chef der Eldians. Ja. Sag mal, Smoker. Ja. Bist du noch auf LSD? Sind wir gerade im Wald nicht, ne? Äh, ne. Also an Pilzen kannst du in der Zeit nicht geleckt haben. Also das letzte Mal, wo ich vier LSD auf einmal genommen hab, war ich zwei Tage im Wald auf dem Baum. Nee, ohne Scheiß, ich hab da Nest gebaut, ich dachte, wir wären Eichhörnchen. Wir sind mit Nancy im Hotel, wir sehen uns. Wir haben Fischbauer. Scheiß LSD. Die wird jetzt gefickt, hat er gesagt. Dodo. Ja. Hast du noch was zu kiffen bei? Nee. Ich hab noch was, warte. Ja. Warum nehm ich euch? Ja, jetzt gehst du jetzt zu Nancy und fragst sie, ob sie Lust hat, ob sie danach zu dir kommt. Erstmal Lederkiefeln. So. Och. Ja. Puh. Geiler Scheiß. Ja gut, aber ich glaub, jetzt geht nichts mehr. Warte mal, ich hab von Nancy die Nummer. Oh. Smoker, kommt ihr hier weg? Ja. Alles klar. Komm, dann fahren wir noch ne Runde. Ja. Ciao. Ciao. Oh, das dröhnt richtig, Junge. Wir können uns doch mitnehmen. Wohin? Ich bin auch noch da. Achso, bist du auch noch da? Wohin mitnehmen? Ganz Hotel. Achso. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dodo kirst du gar nicht mehr.